Schauen wir uns alle zwei Wochen an, wie groß ist das Katzentier geworden. Die wird ja sehr groß, ne? Ja, hoffentlich. Ja. Oh, hast du gerade gegessen? Die gerade schlug aufgehakt. Ja. Guten Abend, liebe Menschen im Internet. Wir sind da, hoffentlich mit Bild und Ton. Und jetzt nicht mehr Katze. Aber für alle frühen... Oh nein, ich und Sprichwörter. Für alle frühen Vögel, glaube ich, heißt das, ne? Ja, früher Vogel fängt den Turm oder so. Oder früher Vogel kann mich mal. Der frühe Vogel sitzt auch im Glashaus, genau. Ja, genau. Also, hallo, liebe Menschen da draußen im Internet. Lieber Chat. Liebe Welt. Hallo Welt. Ich trage heute einen Hut, um klug auszusehen. Und die Haarsituation ein bisschen zu verhehlen. Es stand alles irgendwie nach links und rechts ab. Deswegen habe ich gedacht, gut, ist gut. Das sieht auch klug aus. Ja, und cute. Und cool. Und deswegen ist es cool. Cool. Ja. Gibt es dieses Wort? Kennt jemand ein Wort, das diese beiden Worte vereint? Schreibt es in den Chatlast. Es ist uns wissen, wir sind immer an Hipper-Jugendsprache interessiert. Ich habe nur die Befürchtung, für Hipper-Jugendsprache sind wir wahrscheinlich alle etwas zu alt. Das cringet voll. Ja, ja, schon. Deswegen sitzen wir hier, trinken Tee statt Cocktails. Und ja, möchten mit euch über ein sehr ernstes Thema reden, wie letzte Woche auch. Also vorletzte Woche, also wir machen das alle zwei Wochen, reden wir über ein Thema aus der Welt von das schwarze Auge, von DSA. Vor zwei Wochen haben wir über den 13. Gott, den Widersacher der guten Zwölfgötter, den Namenlosen geredet. Und fahre ich ganz ergiebig eigentlich, hat viel Spaß gemacht, auch so im Austausch. Ja, man hätte auch ewig weitermachen können, also rein theoretisch. Wir können nochmal ein Update machen, der Namenlose, keine Ahnung, ein Jahr später oder so. Es schließt sich nichts aus. Und heute haben wir uns noch so ein Chefaufreger-Thema rausgesucht, weil wir irgendwie gedacht haben, ja. Außerdem fängt es auch mit N an, wir reden über Nahema. Nahema, Nahema. Genau. Und ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass jemand hier ist, der nicht weiß, wer das ist, aber... Doch, Kai schreibt gerade. Kai, Opaka, Nahema, kenne ich nicht. Ich glaube, also ich meine, es ist eine fiese Unterstellung, aber ich glaube, Kai Opaka sagt nicht die Wahrheit. Würdest du lügen? Nein, ich habe extra nicht gesagt, lügt. Ich habe nur gesagt, ich bin sicher, Kai Opaka weiß, wer Nahema ist. Für die Leute, die das nicht wissen, Nahema ist ein NSC, also eine meiste Person aus der Welt von das Schwarze Auge, die sehr, sehr alt ist schon. Also das Spiel gibt es ja schon so fast 40 Jahre und diesen NSC auch fast 40 Jahre. In der Welt ist sie aber noch deutlich älter. Es ist eine mehrere hundert Jahre alte, sehr, sehr mächtige, ja, Magierin. Und wenn ich sage, sehr, sehr mächtig, dann meine ich wirklich sehr, sehr mächtig. Und wunderschön und mächtig und wunderschön und ewig jung und all das. All das. All das. Und mächtig. Und kann ganz viele unglaublich seltene Zauberformen und hängt auch in sehr, sehr vielen Geschichten mit drin. Nicht so, dass man sie jetzt dauernd treffen könnte, aber sie zieht so super gerne im Hintergrund die Fäden auch bei sehr mächtigen Familien und hat angeblich auch schon ganze Königreiche ins Verderben gestürzt. Und so, das ist die kurz- und spoilerfreie Zusammenfassung, würde ich sagen. Wer ist Nahima? Ah ja, Spoiler, genau. Wir spoilern, ne? Genau. Wir werden definitiv spoilern. Also auch hier ist, ich habe nicht vor, die Enden von irgendwelchen Kampagnen oder Abenteuern zu verraten. Aber wir steigen auch gleich mit einem Spoiler ein, nämlich mit Nahimas erstem richtig dicken Auftritt in Aventurien. Und das ist in einem Abenteuer. Und da werden wir sagen, was passiert. Tatsächlich hat das für das Abenteuer selbst, diese erste Szene, keine so wahnsinnig große Relevanz. Deswegen würde ich sagen, es ist so ein mittelgroßer Spoiler. Außerdem finde ich, das ist eine schöne Szene, um zu erklären, wie ist die Figur eigentlich so drauf? Und auch, ja, die Idee anzustoßen, wie ist die Figur so gedacht? Also was soll die für eine Funktion erfüllen in diesem Abenteuer, in dieser Welt? Und, ja, ich habe eine Umfrage vorbereitet, weil ich gedacht habe, wir machen mal was Schönes zusammen. Das heißt, ich frage euch jetzt mal gleich hier im Twitch-Chat, wie ihr Nahima so findet. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die ich vorbereitet habe, die ihr auswählen könnt. Und diese Umfrage machen wir am Ende von diesem Plausch hier nochmal. Und dann gucken wir, ob sich was verändert hat. Fände ich zumindest sehr spannend. Falls ihr tatsächlich, ja, vorbei. Wir kennen ja jetzt alle, wir wissen ja jetzt, wer Nahima ist. Eine sehr mächtige, sehr, ja, sehr krasse, ewig junge, alte Magierin mit extremer erotischer Ausstrahlung. Erotisch. War sie nicht auch lesbisch oder so? Dazu kommen wir später. Ah, Entschuldigung. Verzeihung. Dazu kommen wir zu sexuellen Präferenzen von dieser fiktiven Figur. Kommen wir ausführlich, ja, also dranbleiben. Und später. Das ist ein ganz eigenes, ein eigenes Subkosmos. All right. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich auch alles richtig eingestellt habe. Ich drücke jetzt mal auf Umfrage beginnen. Wir machen die mal so, keine Ahnung, fünf Minuten können wir ja mal geben. Ist ja nicht eilig. Abstimmung. Genau. Jetzt müsste hier kommen. Abstimmung. Naima, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich weiß, das ist keine Frage. Das ist mir klar. Ich würde euch einfach nur bitten, den Satz irgendwie halbwegs zu vervollständigen. Es gibt die Option, Göttin kann man machen, braucht kein Mensch oder ist ein Verbrechen. Das war eigentlich, ist ein Verbrechen an der Menschheit. Aber Twitch lässt so viele Buchstaben nicht zu in Umfragen. Deswegen ist es ein bisschen abgehackt. Aber ja, genau. Stimmt mal ab. Wir gucken uns das dann nachher an. Und am Ende machen wir das nochmal und gucken, ob, keine Ahnung, was auch immer wir hier sagen, eure Meinung über Naima vielleicht geändert hat. Vielleicht lieben sie am Ende noch mehr Leute. Vielleicht hassen sie am Ende noch mehr Leute. Ich glaube, es gibt wenig dazwischen. Wäre so meine Theorie. Aber wir werden sehen. Ja. Die Spannung steigt. Also, abstimmen, Leute. Genau. Wie findet ihr Naima? Göttin kann man machen, braucht kein Mensch. Ist ein Verbrechen an der Menschheit. Es hat bisher noch niemand gesagt, das ist ein Verbrechen. Also, von daher. Vielleicht. Vielleicht. Und schon eine ganze gute Menge. Aber es geht schon auseinander. Also, ich sehe, viele Leute finden sie super. Und viele Leute sagen, nee, danke. Brauche ich eigentlich echt nicht. Deswegen. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Und, wir können ja mal so kurz sagen, vielleicht, wie viel wir meinen, dass wir über Naima wissen. Ihr dürft uns im Chat auch übrigens super gerne korrigieren oder uns mit euren Naima-Facts zuspammen. Der Chat wird ja mitgeschnitten. Das heißt, es wird alles für die Nachwelt erhalten. Unsere Weisheit. Unsere gesammelte Weisheit. Und, ja, Nessi, was würdest du denn sagen? Weißt du so über Naima? Würdest du sagen, du bist Naima-Expertin oder hast eher keinen, nicht so wirklichen Plan? Ich weiß nur rudimentäre Dinge über Naima. Also, ich weiß, dass sie ihr, in welchem Abenteuer sie ihren ersten Auftritt hatte, das weiß ich. Ich weiß, dass ein Aufschrei durch die Spielerschaft damals ging, weil sie im Kettenhemd zaubern konnte. Und das früher, naja, eigentlich auch immer noch heute, einfach unglaublich ein absolutes No-Go war. Und niemand konnte das und niemand durfte das. Aber sie durfte das. Und das war ganz furchtbar schrecklich für alle, fast alle Spieler. Ich weiß, dass sie die Hohlberge erschaffen hat. Spoiler, aber ja. 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 Und ich weiß, dass sie, genau, der Inbegriff der Mary Sue ist, wie man das so schön nennt. Auch dazu habe ich das vorbereitet. Ja, das weiß ich eigentlich nicht wirklich. Also, ja doch, auch das, was wir schon gesagt haben, dass sie ewig jung ist, dass sie eine allgeborene Hexe ist, supermächtig und zu den verhüllten Meistern gehört. Genau. Das ist eigentlich schon ganz schön viel, oder? Ich würde auch sagen, also für jemanden, der sagt, ich habe rudimentäre Kenntnisse über Naima, würde ich sagen. So ist das schon wieder, Mann. Ja, also ich würde sagen, tatsächlich. Doch ein Nerd. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Nessie hat definitiv eine Nerd-Medaille verdient. Definitiv. Oh, yay! Nerd-Medaille! Tatsächlich, ja, ich glaube, rudimentäres Wissen über Naima hat man tatsächlich, wenn man mit DSA 5 eingestiegen ist und so dieses ganze, oh, ein Katzenschwanz, wenn man so dieses ganze vorhergehende nicht mitbekommen hat. Weil jetzt so, wenn man mit DSA 5 einsteigt, die ist im Alba nachbeschrieben als NSC. Oh, hallo Boris. Das ist Boris im Hintergrund. Ja. Boris ist sehr flauschig. Ja, nicht von der Katze ablenken lassen. Ich habe völlig den Faden verloren. Achso, wenn man mit DSA 5 eingestiegen ist, dann ist es tatsächlich so, dass man wahrscheinlich nur das kennt erstmal über Naima, was irgendwie im Aventurischen Alma nachsteht. Und da gibt es durchaus teilweise diese Informationen, die jetzt Nessi hier so zusammengefasst hat. Aber, ja, einem ist glaube ich so, die sind die vielen Male, die sie irgendwie in Aventurien eingegriffen hat, wo es tatsächlich auch irgendwie Auswirkungen hatte, sind einem da, würde ich sagen, erstmal so nicht klar. Deswegen, also vielleicht sind ja Leute, ich habe schon ein oder zwei mal im Chat gelesen, dass Leute relativ neu in der Loa sind. Also vielleicht können wir da den Horizont ein bisschen erweitern. Ja, gerne nachfragen. Wenn ihr irgendwas nicht wisst oder wissen wollt, einfach in Chat schreiben, nachfragen, gucken, dass wir das euch beantworten können. Genau, die Chance besteht, wir können es auch nicht. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Oder vielleicht weiß es ja auch jemand im Chat, also wir haben hier auf jeden Fall ein paar harte Experten dabei. Genau. So, die Abstimmung ist fertig. Und gewonnen hat tatsächlich Göttin. Göttin, oh mein Gott, Leute. Mit 40 Prozent. Damit habe ich nicht gerechnet. Braucht kein Mensch. Ich schreibe mir das mal auf. Es sind 33. Und dann haben wir noch, kann man machen. Kann man machen. Ja, mit 27 Prozent. Und niemand hat beschlossen, dass sie ein Verbrechen ist. Finde ich schon nett. Ich fand das auch hart formuliert von mir. Zugegebenermaßen. Jill ist in der Nahemalur unbeleckt. Mach doch keine solchen Witze. Es ist doch erst, also hier ist es noch nicht mal acht. Genau. Ja, also. Wir haben Nahema Liebhabende hier. Oder VerehrerInnen. Gut. Dann feiern wir jetzt die nächsten anderthalb bis zwei Stunden Nahema ab. Ja, Nahema. Wer ist denn das überhaupt? Ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich, das habe ich ja schon beim letzten Mal gemacht, dieses wunderschöne aventurische Lexikon von 1995 von Fantasy Productions, damals noch, das fast auseinanderfällt. Und wir gucken jetzt einfach mal gemeinsam, ich habe es auch noch nicht gemacht tatsächlich, ob es hier einen Eintrag zu Nahema gibt. Hallo? Ja, ich bin bei K, jetzt bin ich soweit. Ich hätte mir das Lesezeichen da reinlegen können, das wäre klug gewesen. Aber so siehst du sehr intelligent aus in so einem Buch, geblättert, blätternd. Danke. Neckar, Nebelmoor. Oho. Also, tatsächlich. Uh, ach ja, genau, das Bild, ja. Ja, genau. Das Bild. Nahema. Oh, schön. So, dass man es, so. Genau. Das ist Nahema, die Dame, an die da das Lesezeichen so ein bisschen dran bammelt. Gucken wir mal, was hier steht. Nahema Aitamalain, das ist ihr Nachname. Oder Aitamalain heißt eigentlich aus Tamalain. Es müsste ein Tamalain geben. Gibt es ein Tamalain in Aventurien? Egal. Eine der berühmtesten, gefürchtetsten und wohl auch mächtigsten unter den magiekundigen Personen Aventuriens. Geburtsdatum unbekannt. Jedoch vermutlich mehr als 300 Jahre alt. Ein jeder, der von ihr berichtet, erzählt ihre Geschichte jedoch auf seine Weise. Endpunkt besitzt die Gabe der ewigen Jugend. Wie sie diese erlangte, ist jedoch ihr ganz persönliches Geheimnis. Ihren Beinamen, das graue Räblein, erhielt sie von ihrem ersten Lehrmeister, einem Magier, der die von ihren Eltern verstoßene achtjährige N aus der Kündchumagosse zu sich holte. Oh, da kriegen wir schon echt viele Informationen. Bist wie eine Rabe, sagte er damals zu ihr, während er ihr die Lumpen abstreifte und ihren dürren, schmalen Körper wusch, wie ein graues Räblein mit einem gebrochenen Flügel. Wer immer N von Angesicht zu Angesicht gegenüber stand und ihre wie Öl auf dem Wasser schillernden schwarzen Augen geblickt hat, berichtet, dass sich ihre Jugendlichkeit nicht allein auf Körper und Antlitz beschränkt. Auch ihr Übermut, ihre Neugierde, die Launenhaftigkeit und ihr wildes Temperament sind die einer heißblütigen, jungen Tulamidin. N führt ein ruheloses Leben und unterhält luxuriös ausgestattete Häuser in mehreren aventurischen Städten, unter anderem in Festum und Al-Anfar. Ihre wahre Identität ist an keinem dieser Orte bekannt. Es mag in ganz Aventurien vier oder fünf Leute geben, die N in ihr Vertrauen gezogen hat, aber auch diese werden nicht wissen, was die Magierin in ihrem Innersten bewegt. Es scheint, dass sie gerne die Nähe der mächtigen Aventurien sucht, aber wohl nur, um ihren übermütigen Spott mit ihnen zu treiben und sie die Grenzen ihrer Macht spüren zu lassen. Dabei bereitete sie ihr offenbar ein seltsames Vergnügen, Hass- und Rachsucht der von ihr Gedemütigten auf sich zu ziehen. Für wahr, ein ungewöhnlicher Zeitvertreib. Aber was ist schon gewöhnlich an dieser Frau? Ja, also für einen Lexikon-Eintrag, also man muss dazu sagen, das ist kein klassisches Lexikon. Das hat nicht so super sachliche Einträge generell. Also die sind schon so auf Unterhaltung geschrieben. Aber ich finde für einen Lexikon-Eintrag ist das schon ziemlich gefärbt. Und also wird das schon ziemlich bohai gemacht um diese Person. Und auch so dieses Reinzoomen in ihre Origin-Story. Ja, das dann mit direkter Rede, was ihr Meister damals so gesagt hat und so. Das findet man bei jetzt anderen NSC-Beschreibungen tatsächlich eher nicht so. Da sticht sie schon so ein bisschen heraus. Ja. Genau. Oder freut sich jemand, dass ich dieses alte Buch noch habe? Hat es auch. Ja, ich habe es noch. Es ist viel geliebt und viel benutzt. Ja. Ich habe auch gerade schon im Chat gelesen, dass auch viele Leute wissen, dass es wohl Ulrich Kiesus Lieblings-NSC war. Das ist tatsächlich auch mal, hat das jemand offiziell gesagt und zwar, ich glaube, in Bandmagische Zeiten damals. Das war so ein, auch so Jubiläumsband zu irgendeinem runden DSA-Geburtstag. Und ich meine, das war Hartmann von Wieser tatsächlich. Der hat das gesagt. Ich glaube auch, das gelesen zu haben, ja, dass er das gesagt hat. Weil es wurde auch sehr lange gesagt, also für alle, die es nicht wissen, Ulrich Kiesus ist einer der Miterfinder von Das Schwarze Auge. Der auch ganz viel inhaltlich mitgestaltet hat und wird halt auch immer so als, ja, dass der Vater der Lore gesehen. Und der hat, also es wurde lange auch spekuliert oder unterstellt, kann man schon fast sagen, dass Nahima eine Spielfigur von ihm gewesen ist oder so. Ich würde sagen, das ist schon unterstellt. Also ich finde den Ton damals schon eher so unterstellend so. Ja, es ist aber tatsächlich, also wie gesagt, Hartmann hat das zumindest dann gesagt, dass es halt einfach eine Lieblingsfigur war. Und ich glaube, Michael Melchers, das ist auch eine, also jetzt Michael Schwefel, die hatte auch irgendwann mal gesagt, das war ein NSC, den er erfunden hat. Aber halt eben eine Figur, die er sehr geliebt hat, ganz, ganz offensichtlich. Auch eine hübsche Anekdote. Der Name, also ich glaube, die Quelle dafür ist auch magische Zeiten. Der Name Nahima soll von Ina Kramers Bauchtanzlehrerin entgegen sein. Genau, Ina Kramer hat auch sehr, sehr viel zu Aventurien beigetragen, damals so in der guten alten Zeit. Und die hat auch dieses wunderschöne Bild von Nahima gemalt. Ich suche jetzt gerade mal, ob ich das hier mal einblenden kann. Ich habe in diesem Layout immer nichts, wo ich was einblenden kann. Deswegen mache ich das immer über meinen Kopf. Dieses wunderschöne Bild, was so das erste Bild war, was es von Nahima gab. Und sie wurde damals beschrieben, ja, als eine Frau mit vielen kleinen schwarzen Zöpfen und wirklich sehr, sehr großen, dunklen Augen. Die, wie es auch in diesem Lexikon-Eintrag stand, schillern wie Öl auf Wasser. Also ganz, ganz dunkel. Und dann so dieser, ja, weiß ich nicht, fast schon so, wie nennt man das, schimmernde Schleier verschiedener Farben. Also ganz ehrlich, wenn ich mir eine Fantasy-Welt ausdenken würde und ich würde mir eine Figur ausdenken, die quasi mich repräsentieren soll, also mein Avatar in dieser Fantasy-Welt, dann wäre diese Figur auch wunderschön, unsterblich, supermächtig und würde mit allen Schabernack spielen. Und alle irgendwie, keine Ahnung, an der Nase rumführen. Ich würde das auch machen. Ja, die Versuchung ist auf jeden Fall groß. Das kann ich verstehen. Und ich muss sagen, ich habe das tatsächlich als ich, oder seit ich für DSA schreibe, muss ich sagen, ich schreibe ja durchaus noch manchmal. Ich verkneife mir das immer. Aber wie gesagt, wir können auf jeden Fall später auch mal drüber reden, ob das eine gute Idee ist, ob das eher eine schlechte Idee ist. Ich glaube, es wird nicht so gerne gesehen, oder? Machen sollte. Aber ja, es wird gerade gefragt, Nahema ist ein weiblicher, mehr aktiver Tom-Bombard-Deal. Ja, vielleicht, also sagen wir so, optisch hatte die mit Uli nicht so viel gemeinsam. Uli war auch keine Frau, sondern ein sehr großer, bärtiger Mann. Aber er mochte Frauen. Er mochte Frauen. Das liest man sehr, sehr deutlich aus diversen Texten raus. Und ja, also so wie die geschrieben ist in den Szenen, die definitiv von ihm damals geschrieben worden sind, ist völlig klar, dass das eine tolle, geliebte Figur ist, der möglichst nichts passieren sollte. Und ich habe tatsächlich rausgesucht, den ersten großen Auftritt von Nahema in Aventurien. Das war damals im Abenteuer der Orkenhort. Das ist der dritte Band der, glaube ich, der Orkland-Trilogie. Im Spinnenwald, der Pupu-Turm und der Orkenhort. Und in diesem dritten Teil kann man Nahema begegnen. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt nochmal, machen wir noch einen Deep Dive ins Spoiler-Territorium. Und wir gucken uns jetzt diese Begegnung, wenn ihr Bock habt, einfach mal an. Also angucken können wir es uns nicht, aber wir können so tun, als würden wir sie spielen. Und keine Angst, sind keine Spoiler fürs Abenteuer drin. Man trifft halt einfach nach Nahema. Ich finde nur die Art, wie das beschrieben ist, ganz interessant. Die Heldinnen sind unterwegs, so durch so ein bisschen Laub, ein bisschen Sumpf. Und was sie da so machen, erläutern wir jetzt aus Spoilergründen nicht. Und dann passiert folgendes. In der Ferne ist ein von drei Pferden gezogener Wagen zu sehen, der den Helden von Norden entgegenkommt. Die Pferde laufen in gemächlichem Trab, aber bald sind sie so nah herangekommen, dass die Helden weitere Einzelheiten erkennen können. Die Pferde sind nebeneinander angeschirrt als Troika. In ihrem schwarzen Mähnen sind bunte Bänder geflochten. Auf dem Bock der kleinen Reisekutsche sitzt eine in eine bunte Nivesendecke gehüllte Gestalt, die eine lange Peitsche in der rechten und die Zügel in der linken hält. Da der Kutscher die Decke auch über den Kopf geworfen hat und sein Gesicht im Schatten liegt, kann man nicht erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Auch seine Stimme könnte gleichwohl eine helle Männer- oder eine tiefe Frauenstimme sein. Der Fremde ruft, aus dem Weg. Ihr habt drei Sekunden Zeit. Ja. Und es ist auch ein Bild im Abenteuer. Und Bild, 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 Bild. Dass ich jetzt hier mal reinpacke. Was irgendwie überhaupt nichts damit zu tun hat, was ich gerade im Schienen habe. Aber das ist das Bild, das im Abenteuer drin ist. Auch von Ina Kramer. Ich finde das Bild tatsächlich so sehr schön. Es passt nur nicht so wirklich gerade zu der Beschreibung, die ich... Also, ich frage mich, wo da die bunte Nivesendecke ist, die man auch über den Kopf gezogen hat. Mhm. Genau. Aber so sieht das aus. Und ähm... Das Bild ist super, ja. Das ist die Szene. Und ähm... Ja, das nimmt auch eine ganze Seite in diesem Abenteuer an. Und... Das ist dein Ketten-Overall. Ja, genau. Gefallschaffter. Das dachte ich auch, das ist dein Ketten-Overall. Ja, das ist so ein Onesie. Ähm... Tatsächlich, der ganze Rest dieser Begegnung, bis auf einen winzigen Abschnitt, ist dann eine Meister-Information. Das heißt, es sind nur Informationen für den Meister. Und die ziehen sich hier irgendwie auch so über eine lockere Seite fast. Ähm... Und da wird dem Meister beschrieben, wie diese Begegnung denn ablaufen soll. Und keine Angst, ich lese das nicht alles vor. Aber ich, ähm... Steig mal ganz kurz ein, ja. Es geht los mit... Auf dem Kutschbox sitzt die Zauberin Nahema, die seit vielen hundert Jahren zu den mächtigsten Magiern Aventurins zählt. Dann kommt ein Stat-Block. Und wenn man sich den so anguckt, der ist völlig absurd. Also die ist Stufe 21. Ja, also... Ja, die hat Klugheit 20. Die hat Charisma 20. Ja, eine Lebensenergie von 55. Okay, das war noch... Ja, das ist so mittel. Aber Astralenergie, also die Punkte, mit denen man zaubert, ja. 212. No way. Ja, einen Rüstungsschutz von 8, weil sie trägt ja ein Kettenhelms overall. Und dann halt irgendwie so, keine Ahnung. Also ihr schlechtester Wert, den sie überhaupt auf irgendwas hat, hier ist Körperkraft, da hat sie 11. Ja. Ähm. Gut. Und... Ja, also... Sie hat übrigens nicht nur... Übrigens, dieser Rüstungsschutz 8 resultiert nicht aus diesem Kettenhemd, wo sie... Dieser Rüstungsschutz 8 resultiert, Achtung, aus einem Kettenhemd mit 4 und einem Armatrutz, also einem Rüstungszauber, mit nochmal 4. Permanent wahrscheinlich. Ja. Und die einzige Möglichkeit, irgendwie was Sinnvolles zu machen für die Heldinnen in dieser Szene ist, wird hier auch geschrieben, wenn die Helden auf der Stelle seitwärts von der Straße springen, hinein in den von Schleimschlangen durchwachsenen Morast, geschieht ihnen nichts. Sie können dann mit ansehen, wie die Magierin ihre Rappen so gegen den Händlerkarren lenkt, dass das Wägelchen samt Esel und Teilriss vom Pfarrdamm in den Sumpf stürzt. Wohlgemerkt, die Helden sind mit einem Wagen unterwegs, der auch auf dieser Straße ist und den rammt dieses Streitwagengespann dann einfach aus dem Weg. Und dann verschwindet sie einfach. Dann sagt das Abenteuer, Interessanter verläuft die Begegnung natürlich, wenn die Helden zögern, Nahemas Befehl zu folgen, wohlmöglich Widerworte geben oder sich gar weigern, in den Sumpf zu steigen. Dann nämlich erhält die Heldenschar die einmalige Gelegenheit, eine absolute Großmeisterin der schwarzen Kunst bei der Arbeit zu erleben. Nahema trägt unter der Nievesendecke ein Kettenhemd, dessen Rüstungsschutz sie durch ihren Armatrotszauber auf insgesamt acht Punkte erhöht hat. Sie bietet ein kleines Ziel, da sie zum größten Teil von ihren Kutschpferden abgeschirmt wird. So wird es wohl kaum einem Helden gelingen, die Magierin vor Beginn der Zauberlektion vom Bock zu schießen. Nahema eröffnet die Demonstration mit einem Paralymparalein, Ja, der steht auch genauso noch mit einem Versteinerungszauber. Und noch bevor die Versteinerung so richtig begonnen hat, bezwingt Nahema die restlichen Helden, also sie versteinert gleich drei auf einmal, und bezaubert dann die restlichen Helden mit einem Banbaladin. Ja, und... Okay, und auch hier wird auch darauf eingegangen, was passiert, wenn ein Magier in der Abenteurergruppe auf die Idee kommt, einen Gegenzauber einzusetzen. Das gab es damals noch aus dem Buch der Regeln 2. Dann... Ist auch sehr schön. Ja, also man konnte dann quasi Gegenzauber sprechen und konnte damit einen Zauber verhindern, unterbrechen, absaufen lassen. Und hier steht, falls ein vorwitziger Zauberer unter den Helden glaubte, er könnte Nahemas Magie mit einem Gegenzauber durchkreuzen, weisen sie ihn auf eine Regeländerung hin, die in der Neuauflage abgedruckt sein wird. Der Gegenzauber ist wirkungslos gegen Magier, dem Verteidiger um mehr als fünf Stufen überlegen sind. Ja. Und... Genau. Wenn Nahema dann damit fertig ist, bittet sie dann die unter dem Banbaladin, das ist so ein Freundschaftsbann, man ist dann der zaubernden Person sehr freundlich gesinnt. Banbaladin, dein Freund ich bin. Genau. Bittet sie dann die Leute, ja, hier, jetzt schiebt doch mal euren Karren in den Dreck und reitet dann weiter. Und das ist tatsächlich diese Begegnung mit Nahema. Ich frage mich, also man merkt ja schon, dass Ulrich Kiesow auf keinen Fall wollte, dass sein Charakter irgendwie gleich bei der ersten Begegnung getötet wird oder sonst irgendwie beschädigt. Ich frage mich, warum man nicht einfach eine nettere Begegnung geskriptet hat. So jemanden, zu dem man kommt, weil man um Rat fragen möchte. Oder sie hätte ja auch irgendwie ganz anders implementiert werden können, so als weise Frau, die man trifft oder so. Aber es muss halt genau so eine sein, so eine Arschbegegnung. Ja, also ich hätte auch gesagt, wenn ich das irgendwie zusammenfassen würde, mit zwei Worten wäre das irgendwie mächtige Arschgeige gewesen. Genau, mächtige Arschgeige. Im Prinzip dient dieser Auftritt doch nur einer Sache, die Helden da von der Straße zu drängen. Ich finde auch, es hat irgendwie keine größere Bewandtnis. Klar, Nahema spielt tatsächlich im Laufe dieser Kampagne auch eine Rolle. Auch kurzer Spoiler Alert, das hat Nessie ja vorhin schon gesagt, die hat quasi die Holberger erschaffen. Holberger sind eine Mischung zwischen Ork und Elf. Und die hat das vor vielen hundert Jahren damals in einer Stadt, die in der Nähe von Ohort oder in Ohort selber, weiß ich nicht mehr so genau, hat sie da einer Elfensippe ausgeholfen, die Fortpflanzungsprobleme hatte. Und das sind auch Dinge, die die Helden in diesem Abenteuer dann erfahren können. Also sprich, es ist schon durchaus sinnvoll, sie auf Nahema treffen zu lassen irgendwie. Vielleicht auch so völlig unvermittelt. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob das so, weiß ich nicht, ob das so die beste Möglichkeit war. Ja, Hypatia sagt, das ist eine der besten Szenen des Abenteuers. Gut, etwas abgeändert muss es sein, aber das Abenteuer an sich ist abwechselnd, total öde oder lächerlich, unsinnig. Ja, auch da könnte man sagen, cool, die Szene bleibt dann halt irgendwie hängen, weil sie irgendwie cool war. Aber ich weiß nicht, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so, hier, liebe Spielleitung, hast du eine ganz, ganz mächtige Meisterperson, mit denen du deinen Spielenden, beziehungsweise deren Heldinnen einfach mal so richtig fett in den Arsch drehen kannst. Schreibt gerade, denke, das war pädagogisch gedacht, anfangs Rollenspielzeit tendierten alle zu Powergaming, was Kiso nicht passte. Also zeigt ja den Helden, dass es immer jemanden mächtigeren gibt und das Ziel des Spiels nicht ist, möglich krass zu sein. Ja, könnte sein. Diesen Ansatz hat das Spiel tatsächlich an mehreren Stellen vertreten und das ist definitiv voll legitim, das so zu sehen, dass es quasi so der Erzieher, Zeigefinger war an der Stelle. Ich weiß aber zumindest, also wir haben das auch damals gespielt und ich weiß zumindest, dass es bei uns nicht so wirklich funktioniert hat, dieser Erziehungseffekt, weil als die dann mitgekriegt haben, oh, das ist eine super mächtige Magierin, wollten sie natürlich mehr erfahren, haben dann irgendwann angefangen, so auch im Laufe von mehreren Abenteuern, gar nicht mal jetzt und diese Informationen über Nehema zu sammeln, haben dann rausgefunden, oh, das ist voll die mächtige Überische und wollten dann halt, also zumindest der Magier, der wollte dann auch, der wollte die Formeln können, die sie konnte und der wollte auch Gettnam tragen. Das ist ja aber auch gerechtfertigt, finde ich. Also ich finde, das hat das in dem Fall vielleicht sogar eher befeuert, dass die einfach noch krasser ihre Charaktere ausbauen wollten. Also zumindest im Fall von meiner Gruppe würde ich sagen, ist definitiv übel nach hinten losgegangen und ja. Also ich finde, ich finde, man hätte sie irgendwie besser, besser vorstellen können. Also ich finde, grundsätzlich ja überhaupt kein Problem damit, wenn in Aventurien super mächtige NPCs existieren, tun sie ja auch. Ich meine, Rohal, der Weise, Borbarat und auch noch so ein paar andere Typen und Typinnen, die unglaublich mächtig sind und die einem auch helfen oder nicht oder auch gegen die man kämpfen muss. Also es ist schon okay, aber ich finde, die Art und Weise, wie man sie so dargestellt hat, ganz am Anfang irgendwie ein bisschen nervig. Ja, ich fand es auch irgendwie so, also ich meine, im besten Fall bist du halt einfach irgendwie vierhalbweg ausgewichen, warst matschig und hast dich über diese Person geärgert und hast gar nicht so viel groß mitgekriegt, aber wenn du das halt nicht gemacht hast, dann hast du gleich Zauber um die Ohren geworfen bekommen, als gäbe es kein Morgen und das finde ich so unverhältnismäßig. Also es ist so, so what the fuck ist gerade passiert? Ja, vor allem, ich weiß nicht mehr genau, welche Stufe es ist, aber also diese Orgland-Trilogie-Abenteuer, das sind keine hochstufigen Abenteuer, also man hat da jetzt nicht so super erfahrene Helden auch. Nee, das ist irgendwie so kurz nach Reise durchs Nebelmoor, oder? Ja, also es ist auf jeden Fall nicht hochstufig und das hat sich dann aber so ein bisschen zum Politikum auch ausgewachsen, diese Szene, denn es gab ja früher zum Beispiel auch sehr viel, sehr viele Leute schrieben dann Briefe an die Redaktion und ich hatte jetzt hier aus dem amiturischen Boden 27 damals, also noch ganz frisch wohl gemerkt, ich weiß gar nicht, bei welcher Nummer wir jetzt sind, ich glaube inzwischen so bestimmt 200, oder? Für mich hat Nahema eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ah ja, ich, ja, ja, es ist also, ich kenne mich nicht so mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen aus, muss ich dazu sagen, aber es klingt auf jeden Fall, als ob ich definitiv irgendwie einen Schuss in der Socke hätte, ja. Gerade mal, mich stört sowas immer, wenn ich sowas nicht weiß, es tut mir leid. aber dafür gibt es ja einen Ordner, wo die alle drin sind, keine Ahnung, also wir dürften irgendwann bei so 200, wir haben doch bestimmt schon mehr aventurische Boten, oder? Schreibt doch mal jemand, 181, danke! Wir sind beim aventurischen Boten 181, also das war 27 und da haben die auch so mehr oder minder dann halt so gesagt, ja, ihr könnt auch Fragen an uns stellen, an die Boten-Redaktion und da wurde dann mehr oder minder pädagogisch wertvoll erklärt, wie man denn bitte Fragen stellt, ja? Auch schön. Stellt eure Fragen so, dass wir sie überhaupt beantworten können, Ausrufezeichen. Zweitens, stellt eure Fragen so, dass wir sie möglichst knapp beantworten können, Ausrufezeichen. Und drittens, stellt uns nur solche Fragen, die ihr euch nicht ebenso gut selbst beantworten könntet, Ausrufezeichen. Hart. Gut, okay, ja, dann weiß man, wo man dran ist. Genau, und im Zuge dessen wurden dann auch Beispielfragen gestellt, ja? Das sind zunächst dann die Warum-Fragen. Warum darf ein Magier kein Kettenhemd tragen, wo doch die Magierin Nahema im Orkenhort ein eben solches trägt? Ja? Das ist wohl auch eine Frage, die sehr, sehr häufig einfach gestellt worden ist. Die Antwort steht hier so halb, weil Nahema eine Halbgöttin und überaus mächtige Meisterperson ist, für die so manche Regel nicht gilt. Ist die Antwort. Das finden, glaube ich, so richtige DSA-Nerds, ist, glaube ich, ein bisschen kacke, oder? Da es ja jetzt tatsächlich so ist, dass irgendwie, also, mit späteren Editionen dann irgendwie für NSCs und SCs quasi die gleichen Regeln gelten sollten, ja, ja, also, aber selbst damals haben sich da Leute gut drüber aufgeregt. Oh ja. Heute ist es ja tatsächlich so, das ist, das ist sehr richtig, Magier dürfen durchaus Kettenhemden tragen. Also, sagen wir so, per Codex Ibericus, nein, dürfen sie das nicht. Aber es hält sich niemand davon ab, ein Kettenhemd zu tragen. Das ist nur sehr doof. Also, weil, mit einem Kettenhemd zu zaubern, ist recht schwierig. Es ist recht schwierig. Und vor allem, wenn man länger Metall in diesem Maße am Körper trägt, kann das durchaus passieren. Also, dann regeneriert man auch irgendwann keine Astralenergie mehr und kann dann irgendwann gar nicht mehr zaubern, weil man eben keine Astralenergie mehr hat. Und wenn man das noch über viele, viele Jahre macht, sagt man zumindest, in Aventurien ist es so, dass manche Leute zum Beispiel vielleicht ein ganz kleines Arcanes Potenzial hatten und sich das durch den Umgang mit so viel Metall quasi in der Jugend versaut haben. Ja, also, ist einfach keine gute Idee, regeltechnisch. Und, ähm, ja. Allgeborene Hexen sind schon besonders und von Satuaria gesegnet. Von daher, ja, können sie das, na gut. Ja, genau. Vielleicht. Ja, ja, weil genau Hexen, ja, auch wenn sie fliegen, zum Beispiel, so ein Kettenhemd natürlich überhaupt nicht störend ist. Naja, Nehema kann doch bestimmt auch irgendwie anders fliegen, oder? Ja, garantiert. Nehema kann bestimmt im Kettenhemd fliegen. Die kann bestimmt im Kettenhemd fliegen. Nehema ist so ein bisschen wie Chuck Norris. Meinst du? Ja. Okay. Nehema macht alles besser und schöner und schneller. Und ein Kettenhemd. Sie hat wahrscheinlich ganz viele nur für sie vorgesehenen Sonderfertigkeiten, die sich auf dieses Kettenhemd beziehen. Genau. Das sind so Voraussetzungen, kann nur Nehema lernen. Genau. Also, das war Nehemas erster Auftritt. Sie hat aber danach noch furchtbar, furchtbar viele andere Sachen gemacht. Ich habe sie persönlich damals kennengelernt, tatsächlich in der Enzyklopädie Aventurica, das war damals Oh, die habe ich auch noch. Genau. Eine Spielhilfe. Norris hat Nehema aus dem Kettenhemd gehauen. Brabaka, dann bildest du dich zu Wort. Ja, super. Ja. Das war es dann wohl mit Kettenhemd. Da ist nämlich hinten ein Kapitel drin, wer es wäre in Aventurien. Bemerkenswerte Persönlichkeiten, das sind unter anderem hier, keine Ahnung, ein Zwergenkönig, Storbrant, der reichste Mann Aventuriens, Fürst Kasern von Talusa, warum? Tesia von Ilmenstein, Tachonak und Nahema drin, da habe ich sie kennengelernt. Und ja, da ist sie dann schon Stufe 23. Tesia von Ilmenstein ist ja auch so ein Spezialkarakter. Spezial gelagerte Sonderfall, ja. Genau das. Genau, können wir später darauf zurückkommen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was eine Mary Sue ist. Oh! Ja, ja, genau. Und so habe ich Nahema dann kennengelernt, hat immer noch das Bild von Ina Kramer und ein bisschen, bisschen längeren Beschreibungstext als jetzt so im Lexikon. Aber ich glaube, daraus kenne ich sie auch, ja. Ja, und die Zauberliste ist halt wirklich hart. Also, die hat sehr, sehr viele Zauber und die hat die, also damals gab es noch nicht so viele, musste man dazu sagen und die hat die auch sehr, sehr hoch, ja. Also, ja, und die kann halt so Sachen hier, die konnte, die war so für einen Magier oder eine Magierin damals war unobtainium, ja, also so absolut unerreichbar. So was, so was wie den Infinitum immer da, ja. Wow, ja. Ja, war Infinitum immer da, Zauberwirk für 1000 Jahre, glaube ich, war die Reimformel damals und damit konnte man halt quasi permanente Zauberwirkungen machen lassen. Also, ich konnte jemand permanent, dauerhaft irgendwie verwandeln oder einen Zauber auf irgendein Areal legen oder ein Artefakt und ja. Ich habe so viel Tee getrunken, ich komme gleich wieder. Kein Problem. Genau, also, Naheba und ich. Oh ja, genau, das heißt, damals gab es noch keine Freizauberer. Tatsächlich, nee, damals gab es das noch nicht, später wurde dann halt gesagt oder wurde ihr dann halt angedichtet, dass sie quasi auch freizauberisch irgendwie Effekte herbeiführen kann, weil sie so mächtig ist oder so. Aber damals war das noch alles sehr sortiert, also sehr, sehr ordentlich, die hat auch dieselben Zauber, die normale Spielercharaktere hatten, aber halt auch welche, von denen ich das Gefühl habe, die sind nur im Zauberbuch gelandet, damit Naheba sie haben kann oder vielleicht zwei oder drei andere Leute. Ja, genau, so ist das und die hat aber noch ganz viele andere Sachen gemacht und da ist Nessi wieder, sehr gut, sehr gut, da ist Nessi wieder und ihr hört Nessi mich auch. Ich habe gerade gesagt, Naheba hat noch sehr viele andere krasse Sachen gemacht, außer Leute im Orkland von der Straße geschubst und Yes, yes. Ja, bevor wir uns damit auseinandersetzen, ob wir Naheba gut finden oder schlecht finden, müssten wir uns ja eigentlich erst mal so angucken, was hat sie denn gemacht? Wenn die über 300 Jahre alt ist, wird die ja wahrscheinlich schon was erlebt haben und in ihrem Leben und unglaublich viel gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich alles durchgehen sollen, weil dann sitzen wir wahrscheinlich tatsächlich mehrere Stunden hier und werden heute nicht mehr fertig. Was wir aber auf jeden Fall machen können, ist, wir können einmal festhalten, Naheba tritt nicht immer offen als sie selbst auch auf. Ja, das ist so eine Eigenschaft von ihr. Das nervt mich, glaube ich, am allermeisten. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie triggert mich das. Ja, also Naheba hat mehrere Pseudonyme quasi oder ja, Tarnidentitäten, unter denen sie an unterschiedlichen Orten in Aventurien auftaucht. Wir hatten es ja gerade schon im Lexikon, da hieß es, sie unterhält auch Häuser in Festum und in Al-Anfa, aber ohne, dass jemand bekannt ist, dass sie das tut und um sich dann quasi und ihre Tarnidentitäten sind nicht immer, aber sehr oft tatsächlich Anagramme ihres Namens oder Teile ihres Namens. Ja, also sie heißt ja Naheba Aitamelein ja und also entweder ist, Naheba kann man jetzt nicht so wirklich viele Anagramme machen, aber man kann auf jeden Fall aus Naheba Aitamelein ein paar machen. Anagramme. Anagramme ist, wenn man die Buchstaben in einem oder mehreren Wörtern nimmt und quasi einmal durchschüttelt und dann ein neues Wort draus macht. Ja, also schönes Beispiel ist, sie ist auch aufgetreten, was nehmen wir denn mal, zum Beispiel in Festum gibt es einen Händler, ja, der ist sehr reich, hat auch so eine schöne Villa am Seeufer, das ist die beste Wohngegend in Festum, wenn eure Heldinnen mal sich ein Haus kaufen wollen, investiert da in Immobilien und da gibt es einen Händler und dieser Händler heißt Lamertien oder Lamertin, wie auch immer man es aussprechen möchte und wenn man Lamertin umstellt, dann Tamalein genau und der diese dieser Händler der ist männlich tatsächlich und ist auch gern gesehen in der Festumor Oberschicht und da auf unterschiedlichen Partys dabei gewesen reist auch manchmal durch die Weltgeschichte den kann man auch in ein paar Abenteuern tatsächlich begegnen es gibt Szenen mit ihm tatsächlich auch in Romanen und ähnliches und das ist das Typ ja und von dem habe ich auch ein Bild der Herr Lamertin oder Lamertien oder wie auch immer wir ihn gerne aussprechen möchten das ist Herr Lamertin ist jetzt nicht nicht der männlichste also rein rein optisch nicht der androgyn genau ein recht androgyner Typ also er hat jetzt nicht den Megabart oder so aber genau das ist ja ich werde jetzt nicht den Herr Lamertin in irgendein Verhältnis mit dieser Zauberin über die wir hier die ganzen sprechen stellen aber nein es ist tatsächlich so dass Nahima auch als Mann auftritt deswegen habe ich vorhin gesagt als du gesagt hast oh ist sie nicht auch lesbisch habe ich gesagt oh das ist alles ein bisschen komplizierter weil ja Nahima tatsächlich auch als Mann auftritt in unterschiedlichen Identitäten und ja man da dann sagen kann eigentlich ist Nahima genderfluid ich würde schon sagen also wenn du wenn du regelmäßig auch als ja gute Frage wenn du regelmäßig auch als Mann auftrittst sie denn dann ein echter Mann oder verkleidet sie sich mal das das war also so genau ist das tatsächlich nicht beschrieben ja sie könnte auch einfach tatsächlich ja Bock auf drag haben das könnte auch sein aber ja vielleicht vielleicht ist sie tatsächlich genderfluid ja also ich hab immer so das Gefühl das ist also ich hab ja ein bisschen mit dieser Figur zu tun gehabt als zum einen als als spielende spielleitung später ja dann auch als ja schreibende Person also für mich ich hatte immer so das Gefühl das ist mehr als einfach nur ich verkleide mich ja ich glaub auch ich glaub auch die hat sich einfach körpergewandelt Mann ja so magisch weißt du also ich ich richtig ich würde also ich ich würde schon sagen wenn man das kann sowas sowas kann man auch sie ist halt super mächtig dementsprechend würde mich das nicht wundern wenn sie sich einfach so in einen Mann mit Schniepel verwandeln kann oder ohne wie man wie auch immer ja wie das ist nicht festgelegt vielleicht ist es auch nur eine Illusion das ginge auch das wäre sehr DSA ist es die krasseste Illusion überhaupt ja das ist möglich also wie gesagt sie tritt auch als Mann auf es ist tatsächlich also Lamertin ist oder Lamertin ist nicht das einzige es gibt noch eine Magierin glaube ich ist das in Havena die einen Namen hat der sehr verdächtig ist Martin Jell dann gibt es noch einen Garete Händler das war El Tremian glaube ich ja auch das ist verdächtig es ist dann halt auch irgendwann wirklich verdächtig wenn du als Spieler in irgendwelchen Abenteuern sowas so jemandem begegnest und wenn du dann das so im Hinterkopf weißt also könnte das Nahema sein das könnte auch Nahema sein eigentlich könnte jeder hier Nahema sein in Kunjum gibt es auch einen Händler Merat Al Niai das finde ich tatsächlich ein bisschen komisch Niai was ist denn das für ein Nachname aber ja Merat das ist auch ein Mann dann was hat was gab es noch ach ja es gab noch Eternamil Eternamil weiß ich nicht genau was welche Person das war oder welches Geschlecht diese Person hatte ich glaube es war auch eine Frau das war eine die hat Kaiser Reto beraten und schlimme Dinge über die Zukunft seines seines Geschlechts das Geschlechts der von Gareth Geweih sagt was dann zu schlimmen Dingen geführt hat aber dazu kommen wir gleich genau also Nahema ist eigentlich ja in unterschiedlichen Geschlechtern und unterschiedlichen Rollen auf ganz unterschiedlichen Orten geht sie ein und aus und ja benutzt gerne Anagramme ja und das ich finde Anagramme furchtbar also ich meine wenn du dir eine Tarnidentität zulegen willst dann doch eine ordentliche warum müssen es Anagramme sein wieso ja aber aber also keine Ahnung wenn ich jetzt jemanden kenne so keine Ahnung ich lerne jetzt einen Typen kennen der heißt Lamertin oder Lamertin und und ich kenne eine Frau die heißt Nahema Ithamelein ich würde die jetzt nicht übereinbringen also nee nicht also im echten Leben würde ich das auch nicht aber ich weiß ich mag auch ich mag einfach keine Anagramme okay das ist ja das ist ja legitim es muss ja keine Anagramme mögen ich mochte Anagramme immer sehr gerne ja vor allem wenn man halt also ich meine aus dem Namen ganz im Ernst der ist nicht so toll für Anagramme es gibt viel viel geilere Sachen die man machen kann wenn man wenn man Buchstaben umstellt glaubt mir das hatten die von Nandurion Nandurion immer sehr schön gemacht die hatten immer ein Anagramm Rätsel meistens im Adventskalender das war super völlig absurd und Scheiß ja genau also Nahema war sehr umtriebig also wie gesagt die ist ja schon über 300 Jahre alt jetzt und wir haben festgestellt um mal kurz zusammenzufassen sie ist wohl eine eingeborene Hexe also es gibt so das heißt die Mutter muss eine Hexe gewesen sein für alle die das noch nie gehört haben und sie gesagt haben eingeborene Hexe what the beep eine eingeborene Hexe ist eine Hexe die tatsächlich statt geboren wird aus einem Ei geschlüpft ist ich bin nicht sicher ob das so ausformuliert ist wie genau das funktioniert aber auf jeden Fall gelten solche Hexen als besonders von Satuaria gesegnet also von der Göttin Satuaria und ja mit ewiger Schönheit und Jugend beschenkt das heißt die Alter nicht und sie sind mächtig ja und sie genau und sie sind sehr mächtig das heißt ihre Mutter muss eine Hexe gewesen sein irgendjemand muss ja dieses Ei gelegt haben und es wird immer das war zuerst da die Hexe und das Ei wer weiß das schon ja genau im Chat wird noch gesagt und ohne Bauchnabel ja ja ist das denn so ja ist das so ich weiß es nicht es gab wüsste Diskussionen darüber erinnere ich mich so in den späten 90ern aber ich erinnere mich nicht mehr was der Outcome war aber ich meine ich weiß nicht es kommt drauf an was was für ein was für ein Besen aus diesem Eischliff würde ich sagen aber ich würde behaupten also ich meine will wahrscheinlich keiner hören aber ich ich würde schon denken es gibt bestimmt irgendwie so ein Plazenta Pendant in diesem Ei und dann kann doch die Hexe auch ein Bauchnabel haben wo ist das Problem ja also Bauchnabel es ist ja ein magisches Ei es ist ja ein es ist kein echtes Ei aus einem echten Ei schlüpfen keine Hexen ja also ich weiß es nicht also meine ich hatte mal eine Hexe und die hatte einen Bauchnabel ich finde Bauchnabel eigentlich auch ganz schön weil ohne sieht man dann halt irgendwie so merkwürdig aus Elie mäßig ja und als Hexe ist man schon genug geplagt ja also wir haben auf jeden Fall festgelegt die Mutter muss eine Hexe gewesen sein der Vater soll ein Magier gewesen sein mehr weiß man nicht und dann ist sie wohl rausgekickt worden als Kind und mit acht Jahren von ihrem Lehrmeister Ei aufgesammelt worden und dann als Magierin ausgebildet worden mit diesem fetten magischen Potenzial was sie sowieso schon hatte dann muss sie irgendwann in Ohort gewesen sein um da auszuhelfen bei einem Fruchtbarkeitsproblem ja also und zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen muss sie schon relativ mächtig gewesen sein weil ja sie wie gesagt tatsächlich eigentlich ich weiß nicht wie würdest du das nennen würdest du sagen das ist Schimerologie wenn man zwei verschiedenen Völkern eine eine Fortpflanzung ermöglicht die so also die sind ja die sind ja rein theoretisch nicht nicht miteinander kopulierbar das klingt blöd aber ihr wisst was ich meine ja Fortpflanzbar genau das ist Schimerologie würde ich sagen ja also das ist schon so ein bisschen man könnte schon sagen okay an der Stelle bewegen wir uns schon so ein bisschen in einem Schwarzmagisch ja schwarzmagisch und zum anderen auch so ein bisschen Gottkomplex also ja so ein bisschen wie Padona die ich wollte gerade sagen vielleicht nicht ganz so wie Padona Padona hat es ja in jeglicher Hinsicht völlig übertrieben und ist immer eskaliert ja aber die Grenzen sind fließend das ist das ist richtig das ist richtig ähm genau also mittels Schwarzer Magie hat sie Elf und Ork zu Holbergern verbunden und sie hatte damals auch ähm das ist glaube ich die erste Erwähnung die ähm mit ihr direkt zu tun hatte dort ein schwarzes Auge gehabt ähm man muss dazu sagen Nahema verfügt über oder hat Zugang zu mehreren schwarzen Augen und äh ich meine das Spiel heißt das Schwarze Auge ja klar wie viele schwarze Augen wollen sie denn sonst ich hab hier ein paar wollen sie ein schwarzes Auge kaufen Nahema hat hat Zugang zu mehreren Artefakten auch anderen Augen tatsächlich ähm als Schwarze es gibt auch noch andere Farben ähm aber ja sie hat Zugang zugleich mehreren und das ist so das sind sehr mächtige ähm ähm Artefakte einfach mit denen du Dinge tun kannst wie an andere Orte schauen du kannst in die Zukunft gucken teilweise du kannst in die Vergangenheit gucken oder ähnliches und ähm die sind meistens nicht bewegbar also die wenigsten davon kann man irgendwie äh ja vom vom Fleck bewegen und da wird das erste Mal auch erwähnt dass sie Zugang zu einem solchen hat nämlich in 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 Ohort ähm später dann also wir reden jetzt schon von ähm deutlich deutlich später gab es mal einen Fürsten in Hawena der eine Beraterin hatte die hieß auch Nahema ähm das war Fürst Thorn Thorn ja ich würde sagen Thorn Thorn und der hatte ähm eine Beraterin das ähm die ist dann auch dem nächsten Fürst noch äh hat dann auch den nächsten Fürsten noch braten das war äh Thoras und ähm sie hat dann auch ein Adelsgut bekommen glaube ich irgendwo da in der Nähe und das sind auch so Sachen weil laute Regeln zumindest damals also ich weiß noch bei DSA 3 war das noch so durften zum Beispiel auch ähm Magier kein kein Guthaben und muss Magier und Gewalte durften zum Beispiel äh veradlich sein aber durften ihre Güter nicht selbst verweilen und mussten dann einen Vogt bestellen und ähm ja ja Nahema Nahema macht das einfach läuft läuft bei Nahema und ähm ja Nahema war dann in Hawena umtriebig und hast du nicht gesehen dann kam die große Flut das ist diese diese üble Katastrophe die damals äh ja eigentlich wo halb Hawena hat absaufen lassen und das ist alles noch früheste aventurische Vorgeschichte also da wurde da wurde noch nichts bespielt oder so ja also das ist alles noch Historie aus den Annalen unter ferner liefen und Nahema hatte auch einen Turm in Hawena der ist äh ja inzwischen nicht mehr so ganz so gut zugänglich weil der in diesem überflutet überfluteten Gebiet liegt und äh ja dann war Nahema irgendwann nicht mehr in Hawena weil da steppte ja nicht mehr der Bär da äh schwamm der Bär nur noch tot rum weil ja sehr sehr viel überflutet war und ähm ich glaub tatsächlich dann ist erstmal ganz lange Ruhe und das nächste Mal dass sie dann wieder so richtig auftaucht ist als sie anfängt sich so in die Geschicke des Mittelreiches einzumischen und das ist tatsächlich das erste Mal halt als ähm Ertamnel da prophezeit sie ähm Kaiser Reto damals der damals über das Mittelreich herrschte schlimme schlimme Dinge über äh ja sein sein Haus seine Nachkommenschaft und äh seine Frau auch ähm der war verheiratet mit einer Maraskanerin ähm Prinzessin Damaus von Maraskan die sich später dann auch Rohaya nannte wie die Kaiserin die wir heute haben und die hat ähm ja die hatten Kinder und äh Spoiler ja ähm Spoiler 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 die alle die wissen wer auf Kaiser Reto nachgefolgt ist das war Kaiser Hall und ähm Kaiser Hall ist tatsächlich ja ja Spoiler ich weiß aber äh ist ansonsten schwierig zu erklären Kaiser Hall ist kein Mann also ähm Kaiser Hall ist eigentlich eine Frau aber das werden die meisten schon wissen ich hab schon Kaiser Hall in der Badewanne Witze im Chat gelesen ja ähm genau Kaiser Hall ist eigentlich eine Frau tritt aber ähm als Mann auf durchgängig und ähm ja das war auch ein gut geütes Geheimnis hinter das man tatsächlich ähm ja kommen kann im Spiel es gibt ein Abenteuer das das thematisiert was ich sehr sehr schwierig finde aber dieses Abenteuer aus ganz unterschiedlichen Gründen ich glaube es gibt auch ein Worst of Let's Play irgendwo ähm die Attentäter da kann man das rausfinden und ähm ja sagen wir so die Ursache für diese dass Kaiser Reto quasi seine seine Tochter auf den Thron gesetzt hat und gesagt hat du bist jetzt mein Erbe und niemand darf wissen dass du ein ein Mädchen bist weil die Thronfolge wirklich rein äh männlich war damals und seit vielen vielen hundert tausend Jahren also so viele Jahre nicht aber seit langer Zeit ähm ja das ist ursprünglich naja ich würde nicht sagen auf Nahemas Mist gewachsen aber Nahema hat so den Anstoß dafür gegeben ja ähm für für viele viele schlimme Dinge genau und ja viele sagen dann halt okay wenn sie das gemacht hat ja war sie dann mehr oder minder auch äh ja für viele daraus resultierende Dinge verantwortlich ähm also wie gesagt hat sich eingemischt hat hat mehr oder minder dafür gesorgt dass einen Kaiser auf dem Thron Sist Mahema hat auch mit Kaiser Hall verkehrt ähm wie weit man das verkehren auslegen möchte das ist unterschiedlich also es gibt da Szenen in Romanen es gibt ähm Szenen so ähm ja in in Abenteuern wo wo was angedeutet werden wird und ich kann ich kann so nicht genau sagen ob Nahema einfach irgendwie mit Kaiser Hall abgehangen hat weil es halt lustig und schön war also Nahema war immer gerne bei Hofe Nahema war immer gerne bei mächtigen Menschen und hat da ihre Spielchen getrieben oder sie hatten Sex oder danke ja das danke genau das darauf würde ich hinaus oder die andere Möglichkeit ist dass sie dass sie auch miteinander geschlafen haben weil sie auch wusste dass Kaiser Hall eine also sie wusste die Wahrheit über Kaiser Hall deswegen war das wahrscheinlich auch eine der wenigen Leute mit denen das irgendwie ungezwungen und fröhlich ging während das wahrscheinlich ansonsten mit anderen Leuten nicht so einfach möglich war genau dann war sie war sie da eine Weile und und so gar der Kaiser Luft in sich auf und da hat sie dann tatsächlich auch einen Mann kennengelernt das Leben sie ordentlich ruinieren würde und das war Galotta der Arme den den viele vielleicht oder von einigen von euch schon mal gehört haben Leute die jetzt neu eingestiegen sind werden den wahrscheinlich als ja gefallenen Hofmagier kennen also ja der war mal Hofmagier und angeblich auch ein relativ guter Hofmagier am Hof von Kaiser Hall und dann hat Nahema sich wirklich fiese Späße mit ihm erlaubt es endete dann damit dass er in Ungnade gefallen ist und er musste einen Scharlachkappentanz aufführen das heißt man hat den Kopf mit Alchemie bepinselt deswegen ist er jetzt kahl und sein Kopf war rot danach und musste irgendwie tanzen und das ist noch schlimmer und das war Nahemas Schuld faktisch und ja und deswegen hat er Zeit seines Lebens danach dann Nahema gehasst Kaiser Hall gehasst und ja und ist dann richtig übel abgegangen und hat versucht dem Kaiserhaus auf alle nur erdenkliche Arten und Weisen zu schaden das ist auch geklappt hat so ein bisschen er war nicht also er hat da schon einiges gerobbt ja würde ich sagen also er hat er hat er hat da gut was weggerissen gut gemacht Nahema ja aber genau das ist halt zum Beispiel so ein schönes Beispiel wie sie mischt sich irgendwo ein und dann passiert halt so eine Reihe von Dingen so hat das hat alles so knock on domino effekt die Frage die ich mir jetzt dabei stelle und keine Ahnung würde mich auch interessieren was du so meinst und was der Chat so meint ist ist man denn dafür dann wirklich verantwortlich also ich erlaube mir auf einer Party irgendwie einen Scherz und und spiele jemandem richtig richtig übel mit also so wirklich lebensruinös mit bin ich dann bin ich dann trotzdem irgendwie dafür verantwortlich bis danach alles passiert also dass der völlig am Rad dreht und keine Ahnung später dann heptarch wird mit Dämonen paktiert und versucht das Reich zu vernichten bin ich die Kernfrage von jedem Marvel und DC Bösewicht oder so kann man kann man was dafür wenn man irgendwie gemobbt wurde und deswegen dazu getrieben wird was böse zu tun irgendwie schon bin ich der Meinung weil man trifft ja immer selber die Entscheidungen dann ist gar noch da ja schuld nach der ja aber ich finde man kann auch man kann auch getrieben werden von von anderen Menschen also es ist irgendwie so ich würde die die Schuld vielleicht auch aufteilen ich würde definitiv sagen ja sie hat ihre Finger mit im Spiel aber Galotte hätte sich auch dagegen entscheiden können aber die Entscheidung wurde ihm nicht leicht gemacht weil er eben von Nahema so ausgespielt wurde meine Meinung da kam ja viel zusammen also selbst wenn man jetzt keine Ahnung es gab ja auch Galotta Romane in denen sehr sehr viel und ausführlich über Galottas Innenleben auch geschrieben wurde kann man geil finden oder man kann auch sagen es ist ein bisschen viel so viel Schurken inside wollte ich gar nicht ich möchte ihn nicht verstehen aber das sei mal dahingestellt aber ja also ich weiß nicht ich sage jetzt auch Leute so ja zum Glück ist er wenigstens kein Hofmagier gekriegen die Veranladung zum Psycho hatte er vorher schon ja ähm ja ja nur weil man in ein Fass mit Säure fällt heißt das ja noch lange nicht dass man dann auch irgendwie böse werden muss ist klar nee nee nichts aber ich kann schon verstehen dass das bei ihm alles nicht so gut ankam und dass er da viel Schuld auch bei Nahima zum einen gesucht hat aber halt auch einfach beim Haus von Gareth dass sie ihn übergangen hat dass ihn danach das zugelassen hat dass er der lächerlichkeit preisgegeben wird dass ihn entstellt hat ähm kann ich kann ich alles nachvollziehen aber ja die Frage ist halt ja inwieweit oder die Frage die man sich an der Stelle stellen kann ist halt wie weit ist da jemand daran wirklich schuld weil wusste sie dass das alles passiert wer weiß eine so mächtige Zauberkündige ich würde gerade sagen sie hätte es wissen können die Möglichkeit hatte sie das das zu sehen wer weiß vielleicht wäre es auch alles viel schlimmer gekommen schlimmer als Barbara vielleicht wäre alles viel schlimmer gekommen wenn er in Hofe geblieben wäre ja wobei sie ist ja nicht daran schuld dass Barbara zurückgekehrt ist das würde ich sagen ist eine der wenigen dinge wofür Nahema wirklich einfach nichts kann aber sie hätte was dagegen tun können und das hat sie nicht sie hätte tatsächlich vielleicht generell mehr gegen überhaupt gegen Galotta tun können sie hätte vielleicht auch mehr gegen Borbara tun können also in der Borbara Kampagne selber spielt sie natürlich keine Rolle also in den Abenteuern aber sie spielt durchaus eine Rolle in dem Roman das zerbrochene Rad da spielt sie eine Rolle und zwar ist das du hattest vorhin ja schon gesagt oh Tessia von Ilmenstein ist auch so eine Figur für alle die noch nie von ihr gehört haben Tessia von Ilmenstein ist eine Bronniarin also eine sehr sehr eine Gräfin in im Bornland und hat da ein Landgut das heißt Ilmenstein ja kein Scheiß und das ist auch so ein Charakter da merkt man die hat ein bisschen mehr hinter und leidenschaftlicher geschriebenen Hintergrund als andere Figuren ja also die kann auch die hat auch sehr exotisch sehr schön fantastisches Sexleben sehr sehr macht eigentlich quasi ist mit einer Reihe Gewalten zusammen mit der Reihe Hochgeweihten genau also lauter solche Dinge also auch so eine Figur bei der man sagen kann so die hat aber echt viel Screentime bekommen die kam auch in mehreren Abenteuern und Romanen vor und mit der war nachher immer natürlich auch Dicke ja also die waren quasi da lief garantiert auch was also das war quasi so wenn Ulrich Kiso mit Ulrich Kiso so vielleicht auf jeden Fall da ging sich ja auch was in sexueller Hinsicht und in diesem Buch ohne jetzt allzu viel vorweg zu nehmen gibt es eine große Schlacht bei der Nahema dann tatsächlich eingreift zugunsten von ja den Bornländern in diese Schlacht eingreift und auch tatsächlich sich so ein bisschen also das läuft nicht so wie sie sich das erhofft hat das ist eine der wenigen Szenen wo man irgendwie das Gefühl hat oh vielleicht könnte sie es jetzt doch erwischen wohlgemerkt da geht es aber nicht gegen gegen irgendeinen profanen Gegner nein da geht es gegen einen einen sehr sehr viel gehörten Dämon so einen war das die Schlacht von Ochs und Eiche? ich bin nicht sicher ob sie ob es ich glaube es war die Schlacht auf den balusanischen Weiden kann es sein ja aber ja aber da da geht es da geht es geht es gegen ziemlich harten Shit ja und da ist Nahema dann auch mit dabei also und sie spielt ansonsten auch noch eine Rolle in diesem Abenteuer aber die ist eher so ein bisschen würde ich fast schon sagen unrühmlich nämlich als Erpresser in ihrer ähm Alias Gestalt als Herr Lamertin und ähm übt da Druck auf auf den Ehemann der Adelsmarschallin glaube ich ähm ja aber genau wirklich was gegen Borat oder so sonst gemacht hätte sie nicht obwohl sie das vielleicht durchaus hätte können ich meine mal abgesehen davon und das in der Bauratkammer eine echt scheiße gewesen wäre wenn plötzlich diese Stufe hast du nicht gesehen Magierin aufgetaucht wäre und gesagt hätte ja ja Leute lehnt euch mal zurück ich mach das jetzt ja ähm ja ja das da hätte sich auch wieder jeder drüber aufgeregt und zu Recht zu Recht zu Recht absolut zu Recht das 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 will will keiner ja äh Max wir wir haben dienstags ist Nessis Nordlandtag das stimmt schon aber jetzt alle zwei Wochen äh DSA Dienst Talk mit Evie und Lessie oh Gott ja genau und Boris liegt hier unten in seiner Box und schläft guter 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 Kater ja nee das da hinten links ist ein Kuschelkissen von mir du hast dein Kuschelkissen das aussieht wie dein Kater eigentlich nicht warte ich hol's mal oh ja so eine gewisse ähnlich ist es zu hell aber also es ist blau und es sieht eigentlich eher so aus wie hieß er nochmal Grobi Grobi ich finde aber das sieht jetzt nicht so doch Grobi war blau aber Grobi war dunkelblau und das Krümelmonster das Krümelmonster war auch blauer als das aber es sieht sehr flauschig aus ja ja es ist ähm hier Knorke Feilschafter genau entschwören wäre ja zu einfach gewesen aber nee sie machten gar die Ahnung ja genau das passiert in dem Buch danke so genau erinnere ich mich daran nicht mehr aber das klingt ungefähr richtig ja genau also sie hat sie hat sich da eigentlich im Wesentlichen irgendwie dick rausgehalten ähm das äh ja also ich weiß sie war dann sie hängt in so ein paar Geschichten mit drin wo ich weiß teilweise später dann auch AutorInnen wahnsinnige Probleme hatten das irgendwie in eine sinnvolle Reihenfolge zu kriegen also zum Beispiel eine Sache die zeitlich ein bisschen schwierig zu verorten war ist sie war angeblich mit Hasrabal verheiratet also Hasrabal von Gorien der auch ein verhüllter Meister und super super mächtiger Magier ist es war auch lange lange nur klar dass er eine Frau hatte die Nahema hieß ob es denn die Nahema ist wusste keiner so recht es gab dann aber ein Abenteuer dass das dann einfach irgendwie so festlegte so von wegen ja die war mit äh war mit Hasrabal verheiratet das heißt das musste quasi auch noch irgendwie so in den Lebenslauf mit rein sie hat dann auch Kontakt gehabt ähm mit Peri der oh Gott wie viel dritten ja das ist die dritte Peri der dritten das ist die Königin von Kemi gewesen damals ähm und die ist was ist denn Kemi das hab ich denn nie gehört was Kemi Kemi ist Kemi ist ein Reich das spielt jetzt in der neuen Al-Anfa Kampagne eine ganz große Rolle ähm das ist so unten links auf der Karte ah okay unten links so ähm sehr sehr tiefer Süden fast ausschließlich Dschungel ein paar ja also wirklich viele große Städte sind es nicht ähm und genau und die war in Geiselhaft glaube ich bei Tahunak ich weiß also wahrscheinlich versteht jetzt irgendwann keiner mehr worum es hier geht aber Tahunak habe ich schon gehört das weiß ich ja Tahunak war der Obermufti in Al-Anfa also damals so der oberste äh Boron geweihte und Herrscher in Al-Anfa das ist der äh Vater von Amir Honak der da heute noch Patriarch ist und ähm genau Tahunak hat einen äh Krieg geführt gegen die ähm Novardis in der Wüste Kohn das kann man auch bespielen in äh der Löwe und der Rabe Teil 1 und Teil 2 waren die Abenteuer Kabanienbände damals und da ist Peri die dritte äh ja aus Kemi die damals über Kemi erste in Gefangenschaft geraten bei Tahunak und ähm Tahunak ist auf diesem Feldzug gestorben tatsächlich eines Nachts und in dieser Nacht ist wohl auch Peri entkommen und man sagt dass Nahema Tahunak getötet habe ja also weiß man das weiß man das das steht da zumindest in diesem Abenteuer so drin also ich meine theoretisch ist alles möglich also theoretisch kann man das in dem Abenteuer auch selbst gemacht haben und Nahema ist einfach da aufgetaut und hat Peri befreit oder Nahema war gar nicht da oder da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten aber tatsächlich ist das so ja die hat Tahunak getötet offiziell eigentlich genau ist halt auch so ein Ding also ich meine tatsächlich in der Kampagne ist es glaube ich gar nicht so schlimm weil die wenigsten Charaktere werden das wahrscheinlich gemacht haben wollen oder hätten das wahrscheinlich irgendwie gekonnt aber ja ist auch schon wieder so so ein bisschen so ein Deux Ex Machina kommt von der Seite rein tut etwas und man hat auch irgendwie eigentlich in den meisten Fällen wahrscheinlich gar keine Möglichkeit es nachzuvollziehen ja wenn du das spielst bist du wahrscheinlich irgendwie Teil des Heeres und dann wird plötzlich gesagt oh Tahunak ist tot Tahunak ist tot und dann wendet sich so der Verlauf diese dieser dieses Krieges ja aber ich ja ich weiß halt auch nicht warum warum Nahema an dieser Stelle kann man machen muss man aber nicht ja das gab es noch puh ansonsten was hat sie noch so getan ich weiß danach hat sie dann weiter irgendwie in Garret also sich eingemischt und zwar Kaiser Hall war ja dann irgendwann verschollen dann ist ihm nachgefolgt sein Sohn Prinz Brinn den der der hat es dann leider auch nicht so lange geschafft dann kam Ema auch für Ema ging das nicht so gut aus aber damit hatte Nahema nichts zu tun und dann ist es ja jetzt so wir haben jetzt ja Kaiserin Ippolyta aber bevor Kaiserin Ippolyta richtig schön und groß und Kaiserin war die hatte ja noch eine Zwillingsschwester Ippolyta und Ippolyta ist keine Kriegerin wie Rohaya sondern die ist Magierin und die wurde ausgebildet von offiziell ist es glaube ich einer der Hofmagier gewesen der ihr Ausbilder war aber inoffiziell fand die Ausbildung zu guten Teilen in der Verbannung in Festum statt also Prinzessin Ippolyta ist nach Festum verbannt worden auch aufgrund einer ja Intrige bei der man sagen könnte Nahema hat die so mehr oder minder mit eingefädelt vielleicht sogar wenn man ihr fiese Sachen unterstellen möchte mit dem Ziel dass Ippolyta vom Hof verbannt wird damit sie Einfluss nehmen kann also damit Nahema Einfluss nehmen kann auf sie und ja hat dann quasi als Ippolyta verbannt worden ist auch mit einem Lehrmeister um sie magisch auszubilden mehr oder Männer aus dem Schatten die Strippen gezogen und Ippolyta ausgebildet also so die mächtigste 300 Jahre alte super geile super heiße Magierin bildet die Zwillingsschwester der Kaiserin also der jetzigen Kaiserin damals war sie noch nicht Kaiserin aber jetzt ist sie das aus ist auch schon wieder so so eine Einmischung bei der man nicht sicher sein kann boah geht das so gut oder geht das irgendwann möglicherweise übelst nach hinten los ja Entschuldigung ich bring Ippolyta und Rojaya ständig durcheinander also die Kaiserin heißt Rojaya ihre Zwillingsschwester heißt Ippolyta Rojaya ist Kriegerin und Ippolyta ist Magierin und sie haben früher sich gerne vertauscht als Kinder wie das so üblich ist unter Zwillingen die sich ähnlich sehen die vertauschen sie ständig das wissen wir ja aus dützenden Filmen und Serien und Märchen genau ja das ist jetzt halt ja nicht mehr nicht mehr so einfach tatsächlich diese Intrige damals wenn ihr euch für interessiert kann man einen aventurischen Boten nachlesen hat epische Ausmaße angenommen und so weiter es wurden es wurden Geweihte befragt und unter anderem war ein Thema ob die Prinzessinnen nicht bei der Geburt vertauscht worden sind also ob nicht in Wahrheit tatsächlich Hippolyta die Erstgeborene also gewesen wäre die halt ein magisches Talent hat was obwohl inzwischen Frauen auf dem Kaiserthron kein Problem mehr sind Magiebegabte geht halt geht halt immer noch gar nicht und das das war halt also jemand hat halt sagen wir so glaubhafte Zweifel gesät dass dass Hippolyta gegebenenfalls die Erstgeborene ist und ja das endete dann mit ihrer mit ihrer Verbannung nach Festum wo dann ja eine eine gewisse Magierin mit N die auch schon da in Festum sowieso eine Dependance als Händler hat sich dann drum kümmern konnte und ja inzwischen ist Hippolyta mit ihrer Ausbildung auch fertig und hängt wohl nicht mehr dauernd mit Nahema ab aber ja die waren auf jeden Fall eine ganze Weile so was da gelaufen ist weiß auch keiner so genau aber ja das macht Nahema halt irgendwie ja keine Ahnung gerne und ja oh hier Rohaya von Garret hat auch eine magische Begabung ja das voll sagt explizit dass eine meisterliche Analyse einen verkümmerten Astralite bei Rohaya finden könnte ja das ist möglich die hat wahrscheinlich einfach mit zu viel mit zu viel Kettenhemd gespielt als Ritterin ja Hallo Runa du bist auch eine verhüllte Meisterin ne warum hast du die Katze nicht Nahema genannt nein nein Nahema ist auch eine sehr mächtige Katze im DS also eine sehr mächtige verhüllte Meisterin sagt man das so im DSK in die schwarze Katze ja genau das Nahema schreibt sich glaube ich gleich ein bisschen anders auch eine sehr mächtige eine sehr mächtige Katze genau ja die schwarze Katze genau so das 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 ist so das ich weiß nicht hat noch irgendjemand irgendwas anderes was was wir jetzt total vergessen haben was Nahema gemacht hat ähm aber das das ist 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 so grob das wichtigste würde ich sagen also ähm in Hawena rumgemeddelt mit den Fürsten bis zur großen Flut dann irgendwie später mit dem Haus Gareth dann nochmal mit dem Haus Gareth beziehungsweise indirekt mit mit Galota und ähm ja und ansonsten noch ja Tahunak umgebracht das ist auch noch so ganz ganz oben auf der Liste ähm der der epischen Dinge natürlich sie kann halt völlig abstruse Zauberformen also alle sieben Formen der Zeit angeblich na klar wow ähm konnte sie ich dachte schon ja ja nicht schlecht das ist schon nicht schlecht ja mit Sicherheit mit Sicherheit also sie konnte einfach immer irgendwie so das komplette das komplette Zauberbuch und ja sie kann Djinde beschwören sie kann sie kann Dämonen sie kann Dämonen beschwören es ist überhaupt kein Problem für sie einfach beides geht naja also ich meine selbst wenn sie mal mit Hasrabah irgendwie abgehangen hat der ist ja quasi so der Elementar Super Guru klar also das also da hat sie bestimmt auch was mitgenommen ja an an Know-how oder wer weiß vielleicht hat der auch einfach sein Know-how von ihr der ist ja erst 90 oder so Eben ist er ein Jungspund nee ich glaube er ist sogar älter der ist richtig alt inzwischen dass der noch lebt ist so ist echt wenn er auch ein verhüllter Meister ist dann kann er ja auch sehr viel länger leben ja der müsste auch eigentlich schon irgendwie tot sein ich weiß nicht aber er ist auf jeden Fall irgendwie paar 90 aber im Gegensatz zu ihr ist das ja ist das ja nichts ein Jungspund ja hat Nahema irgendwann ihre Nemesis getroffen oder durfte sie sich ungestraft über Jahrhunderte Feinde machen fragt gerade ja gute gute Frage also so richtig beikommen konnte ihr einfach immer keiner ne also nee nicht wirklich oder sie hat sich also wie gesagt so eine der wirklich größten Feindschaften würde ich sagen war tatsächlich irgendwann dann Galotta aber da ist ja halt viel auch nicht also er hat sie gehasst keine Frage aber da ist viel halt auch nicht gegen sie gegangen sondern dann wirklich einfach gegen gegen die Familie derer von Garret ähm ich glaube ich glaube sonst hat einfach keine Chance vielleicht bräuchte sie das mal vielleicht bräuchte sie mal wirklich wird die denn noch bespielt sag ich mal kommt die denn noch vor jetzt gerade eigentlich in aktuellen DSA Publikationen oder ist sie so ein abgelegter so ein abgelegter Charakter also sie ist eine Figur die echt selten angefasst wird ähm also kann ich sagen von der Zeit als ich noch in der Redaktion war und weiß ich auch jetzt die ungern angefasst wird also sie wird eigentlich nur noch als Strippenzieherin oder anstoßende Person irgendwo im Hintergrund benutzt und nicht mehr irgendwie aktiv irgendwo irgendwo eingebaut oder sowas einfach weil bei einer Figur mit der Machtfülle natürlich schnell die Gefahr besteht dass sie den Spielenden die Show stiehlt was man ja nicht will in einem Abenteuer wir wollen ja die Spielenden empowern selber Dinge zu bewegen und das ist dann doof wenn du rausfindest ach das war Nahema ja oder so oder oder dann halt tatsächlich so Deus Ex Machina mäßig plötzlich taucht Nahema auf versteinert alle trinkt einen Tee und geht wieder das ist einfach nicht das ist ist nicht so dass man das dass man das gerne möchte Paduna gegen gegen Nahema wäre bestimmt gut aber ich befürchte einfach gegen Paduna hat Nahema halt wirklich nichts zu melden das ist also ich glaube da ist aus ich glaube das ist kein fairer Kampf aber es ist glaube ich auch so ein bisschen aus der Mode gekommen jetzt so in den in den aktuelleren BSA Abenteuern solche Charaktere wie Nahema auftreten zu lassen oder so es gibt schon noch Figuren bei denen du so denkst oh die haben so ein bisschen das Potenzial in die Richtung zu gehen aber die sind dann meistens nicht so mächtig oder du kannst sie tatsächlich irgendwann wegsensen oder sowas also das ist definitiv richtig also wie gesagt ich weiß Nahema hat eigentlich kaum jemand angefasst die letzten paar Jahre und tatsächlich habe ich kürzlich zweimal über Hannah Hema geschrieben deswegen war ich auch so also ich würde jetzt nicht sagen ich bin so top im Bild und weiß alles aber das eine ist da kommt sie tatsächlich nur ganz kurz vor das spielt eher an einer Location die ihr gehört nämlich in diesem wunderschönen Haus am Seeufer in Festum deswegen bin ich da so gut informiert also im Haus von Herr Lamertien oder Lamertin wie auch immer und dort da habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben die da spielt ja dann schreibe ich jetzt gerade eine Zusammenfassung über Nahema für eine Spielhilfe also es ist keine Angst es ist keine historische Zusammenfassung und dann hat sie das gemacht und dann hat sie das gemacht es ist in etwa so eine Beschreibung wie im Eimer nach nur halt unter einem bisschen anderen Gesichtspunkten unter welchen denn unter deinem persönlichen oder einer der dir vorgegeben wurde mir ist da gar nichts vorgegeben ich weiß aber also ich kann auch nicht sagen ob das pläsiert was ich geschrieben habe das weiß ich nicht das erfährt man immer erst wenn das Buch dann draußen ist dann werden wir sehen ob sie ob sie ob sie das einfach so genommen haben wie ich wie ich das wie ich das beschrieben habe oder ob sie das nicht machen und ich bin da immer sehr gespalten was diese Figur angeht weil zum einen denke ich so wie die früher geschrieben ist glaube ich sollte man das nicht machen also heutzutage geht das einfach nicht mehr dass man Spielende so dermaßen ja bevormundet oder wirklich auch in die Pfanne haut ja und also ja genau bevormundet in die Pfanne haut und den irgendwie so weiß ich nicht vor die ich habe es jetzt auf deutsch gesagt vor die Schnauze kackt oder dass jemand kommt und dein Problem löst oder oder dir einfach so quer in die Kampagne kackt dass genau die Figur kann prima sein als Mentor oder Auftraggeberin oder als irgendwie weil man einen Zauber braucht oder irgendwas von dieser Person muss man vielleicht mehrere Questen für die Idee denken dafür wäre die super geeignet oder auch als Antagonist also aber als jemanden den man dann im Laufe des Abenteuers oder der Kampagne irgendwie vernichten kann also jemand der wirklich Ja und das ist halt nicht möglich also oder nicht ohne weiteres möglich würde ich sagen und deswegen ist es halt ein bisschen frustig also ich würde sie jetzt wahrscheinlich ich schreibe ja keine Abenteuer aber ich würde sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt in ein Abenteuer aber so ja stimmt könnte man machen als Auftraggeberin sorry aber heutzutage sollte man das so nicht mehr machen ist halt bei einem Text der über 40 Jahre alt ist nicht fair das ist völlig richtig ich werte bewerte damit auch nicht den Text also ich werte damit nicht den Text ab aber ich sage trotzdem so sollte man das heute nicht mehr machen und ich finde das Ja das ist so ein bisschen also ja natürlich der Text ist so wie er damals geschrieben wurde schon zeitgemäß aber es ist ja genau das sagen wir ja also heutzutage würde man sowas halt nicht mehr machen also ich muss sagen ich fand den Text damals ich fand den Text damals als ich den schon gelesen habe ziemlich unverschämt also ich fand den schon ziemlich weiß ich nicht belehrend belehrend auf eine unangenehme Art und Weise ich kann mich nicht mehr daran erinnern das ist halt ich glaube ich habe das tatsächlich gar nicht gespielt das Abenteuer ich war das nicht gewöhnt gewohnt dass mir ein Spiel sowas so irgendwie sagt also das fand ich schon fand ich schon dreist hätte ich mich beschwert ich finde es ist schon sehr dsaig also wenn man jetzt mal wirklich so die ganz Anfänge von dsa so sich zurückversetzt und so wie das so damals war ist es schon sehr dsaig diese dieser Auftritt aber cool finde ich den nicht aber das ist auch meine persönliche Meinung ja absolut auch also ich ich muss ich muss sagen ich fand das damals halt schon schwierig aber ja das mag jeder für sich selbst entscheiden ob man das gut fand ich meine damals wurde man auch in in Abschnitten von Solo Abenteuern irgendwie plötzlich dann so ah sie haben hierhin geblättert dann haben sie wohl gemogelt sie sind tot ja sowas sowas finde ich sowas finde ich noch lustig ja da kann ich noch sowas schmunzeln wenn ich denn wirklich gemogelt habe aber ja nee also klar das ist das ist nicht das ist damals alles irgendwie anders gemacht wurde und so weiter keine Frage ich finde aber tatsächlich also Nahema ist ja immer wieder auch in so eine Position geieft worden quasi wo sie tatsächlich wirklich ja was bewegen konnte oder im Hintergrund irgendwelche Dinge gemacht hat manche davon konnte man dann rausfinden wenn man gespielt hat andere gar nicht was was ich auch immer schade finde deswegen ja ich fände es tatsächlich wahrscheinlich besser wenn das irgendwie so eine Mentorfigur aber sie ist auch nicht so der Mentor Typ wobei sie hat auch Hippolyta ausgebildet also ja ist sie halt nicht sie ist halt nicht der Mentor Typ sie macht halt ganz viele Dinge die keinen Mehrwert wirklich haben für dich als Spieler oder für jemand der irgendwie die Welt erleben möchte also auch so ne du hast wenig Berührungspunkte ne also selbst wenn man jetzt sagt ich lese jetzt zum Beispiel die Abenteuer wie ein wie ein Roman oder wie eine ne ich höre mir das an was da so passiert ist sie hat irgendwie keinen Mehrwert für dich oder auch für die Welt doch natürlich man kann sie bewundern man kann sagen oh was eine geile ische man kann sie scharf finden man kann es gibt bestimmt auch ganz viele Gruppen die tatsächlich als wiederkehrende Figur in ihre Kampagnen eingebaut haben oder das kann ja ja oder als geheime Lehrmeisterin für den Magierin oder als Brieffreund des Magiers das fände ich sogar richtig cool wenn man einfach sagt ich habe das vorhin auch gelesen dass irgendwie einige sagen oh mein Gott ich habe das Abenteuer gespielt aber ich habe diese Begegnung nie so gehabt dass Meister Meisterpersonen halt die Begegnung einfach umschreiben und die Rolle Nahema nehmen und daraus vielleicht was Neues stricken und sie dann wirklich immer so als Mentor Person oder eben auch als ja so immer wieder auftauchen lassen finde ich auch gut ich meine man darf machen was man möchte in seiner Spielrunde wir haben tatsächlich also zum Thema man darf machen was man möchte wir haben ja die Bobot Kampagne gespielt die ihr auch bei uns auf dem Kanal nachschauen könnt in ihrer epischen Breite wenn ihr Bock drauf habt und die haben wir gespielt in B Venturien also A Venturien B Venturien haha ja quasi einer instanzierten Version von Aventurien wo einige Dinge grundsätzlich anders sind und tatsächlich eine dieser Dinge sind da grundsätzlich ein bisschen anders war es gibt Nahema nicht also beziehungsweise die gibt es schon die hat aber bestimmte Dinge nicht getan wie zum Beispiel sie hat es sich nicht mit Galotta verkackt und mit dem Haus von Garret oder ähnliche Dinge sondern die unsere Nahema in B Venturien die hängen in einem Turm fest und zwar weil sie mit Padona aneinander geraten ist mehr oder mehr unfreiwillig und da ist Padona mit einem Sphären Schiff also die Padona aus Aventurien wohlgemerkt ja es wird ein bisschen kompliziert stellt es euch so vor wie das wie ein Multiversum wie bei Marvel oder wie bei Star Trek oder wie bei Star Trek genau und da ist Padona Prime ist mit einem Sphärenschiff in Nahemas Turm gekracht und hat Nahema quasi in so eine Art Zeitstasis eingefroren und das heißt in B-Venturien sind bestimmte Dinge halt die Nahema in Aventurien angestoßen hat einfach nicht passiert und einer der Gründe sie da tatsächlich rauszunehmen war den Spielenden mehr Handlungsfreiheit zu geben bei bestimmten Sachen tatsächlich ist auch bei uns Galotta dann ein Bösewicht geworden aber aus ganz anderen Gründen da war keine Nahema die da gemeldet hat das haben mehr oder minder die Spielenden teilweise sogar selbst verkackt dass Galotta irgendwann völlig durchgedreht ist wobei es war auch vorher nicht der niceste Typ in B-Venturien aber ja wir hatten dann zum Beispiel Mairi hat dann gesagt ich nehme Padona äh nicht Padona aber ich nehme wir nehmen zwei Padonas rein aber wir nehmen Nahema komplett raus und ähm ja ich kenne das auch aus anderen Runden wo man Nahema einfach gestrichen hat ersatzlos habe ich auch schon ganz oft gehört dass sie einfach ersatzlos gestrichen wurde weil dann denen das zu doof war finde ich auch okay genau und das hat halt auch den Vorteil man muss bestimmte Sachen nicht erklären also ich meine ich weiß ja nicht wie lange wir müssen mal nachher mal die Zeit stoppen aber wie lange ich jetzt versucht habe dann zu erklären wie verhält sich das mit der Familie von Garret den verschiedenen Menschen Galotta, Nahema und überhaupt wenn man das nicht hat muss man das auch gar nicht wissen ja oder auch die ganzen Diskussionen also was ich auch ganz früher hatte das war man hat ja immer so jemanden in seiner Gruppe ähm der dann oder die Person muss immer immer über Regeln diskutieren und warum kann sie denn jetzt im Kettenhemd zaubern und dann ja weil sie eine verhüllte Meisterin ist das wollte man dann aber nicht sagen weil das ja Meisterinformation ist und man das seinen Spielern nicht einfach so sagen darf und dann hat man hat man so ellenlange Diskussionen in so einer Spielrunde und ich kenne das ja von früher auch kann dann auch einfach weg die Frage die wir uns noch stellen wollten oder von der ich denke dass das vielleicht ganz gut ist dass wir uns zu den stellen ist ist Nahima eine Mary Sue Mary Sue genau da wollte ich auch noch drauf zurückkommen das wolltest du noch erklären das wollte ich noch erklären was ist was wollte ich erklären dass sie eine Mary Sue ist oder oder woran man das festmacht was ist eigentlich eine Mary Sue also Mary Sue ist ein Begriff der geht zurück auf eine Star Trek Fan Fiction von irgendwann Mitte der 70er und in dieser Star Trek Fan Fiction ähm gab es eine Figur eine nicht kanonische Figur die hieß Mary Sue Lieutenant Mary Sue genauer gesagt die war ähm wie wie Spock also mit Spock und Kirk und hast du nicht gesehen auf der Enterprise war ich weiß nicht 15 gefühlt und hat konnte alles ja sprach 20 Sprachen sah fantastisch aus alle fanden sie hoch erotisch äh und sie war auch noch halb Vulkanierin und als sie dann gestorben ist äh ja keine Ahnung ich weiß gar nicht ob sie gestorben ist aber auf jeden Fall ähm ja ja so war diese Figur sie hat alle Leute gerettet konnte sowieso ähm alles alles besser und ähm ja es war völlig absurd und es war aber auch klar dass es absurd ist also das das war schon so gemeint also es war nicht unabsichtlich so geschrieben und ähm ja daraus ist halt eben der Begriff entstanden was genau also die Definition von Mary Sue unterscheidet sich je nachdem ein bisschen aber was man worauf man sich einigen kann ist dass es halt eine Figur ist die äh ja übergroß gezeichnet ist im Sinne von kann halt einfach viel oder alles oder auch einfach Sachen sehr gut und ähm es ist auch oft nicht erklärbar also wie zum Beispiel in dem Fall wie eine sehr sehr junge Frau all diese Fähigkeiten zum Beispiel schon haben kann ähm und ist ja oft sehr attraktiv oder ähm wird von allen geliebt und man kann nicht so richtig nachvollziehen warum eigentlich hat meistens keine Schwächen äh oder sehr wenige Schwächen und wenn sie doch mal irgendwie tatsächlich einen Fehler macht oder irgendwie sowas haben dann liegt das meistens nur dazu den Charakter noch äh niedlicher bemitleidenswerter oder beliebter zu machen und ähm ja oft auch ein exotischer Hintergrund oder völlig tragischer Hintergrund wird auch oft als Indiz genommen dann gibt's noch ähm manche sagen auch noch okay verhält sich äh die Figur verhält sich ständig kacke wird aber trotzdem geliebt bewundert und kommt auch immer mit allem durch oft wird auch der Vorwurf gemacht dass es ähm quasi ein Self-Insert der das der verfassenden Person ist also gut dass quasi die Autorin sich selbst verwirklicht in irgendeiner Form in dieser Figur ja das glaube ich häufig jetzt so wenn man von Mary Sue spricht dass man damit sagen möchte dass der Autor oder die Autorin genau sich in die Geschichte geschrieben hat mehr oder weniger so eine Verkörperung ja aber halt so eine total überstilisierte überidealisierte Form von sich selbst die einfach so eigentlich nicht existieren könnte das ist eigentlich so im Prinzip die Kurzzusammenfassung es gibt immer mal wieder Diskussionen bei bestimmten Figuren ist das jetzt eine Mary Sue oder eher nicht ne aber keine Ahnung was gibt es denn für Beispiele ähm es wird oft gesagt wo wir gerade bei Star Trek waren Wesley Crusher wird oft gesagt wobei das wäre dann keine Mary Sue sondern ein Gary Stu oder ein Gary Sue ähm das ist ja auch eine Figur bei der halt so wie gesagt wird ja warum kann der alles kriegt er einfach einen Rang auf der Enterprise einfach nur weil ja warum eigentlich genau weil er niedlich ist oder keine Ahnung ja also das wurde zum Beispiel schon gesagt ansonsten ähm keine Ahnung ganz klassisches Beispiel ist Bella Swan aus Twilight ja gut aber Bella Swan aus Twilight ist ja ein auf Fanfiction basierender Charakter also ja natürlich das ist richtig also wenn ich Fanfiction von irgendwas schreibe dann schreibe ich ja auch quasi wie ich es gerne hätte ja wobei das ja nicht das Kriterium ist also es gibt ja an dieser Figur halt einfach sehr viele Sachen die nicht glaubwürdig sind oder ach ach meinst du also ich meine meinst du wirklich oder habe ich das vielleicht alles falsch verstanden ähm ja genau also es gibt es gibt keine Ahnung manche sagen zum Beispiel auch James Bond ist eine Mary Sue also zumindest so der der oder ein Gary Stu der alte James Bond kann alles hat ein total aufregendes Sexualleben hat eine unmenge Gadgets das ist alles nicht wirklich nachvollziehbar was er da macht aber es wird immer so mh trifft immer alle Frauen stehen auf ihn immer auch nur so mh geschüttelt nicht gerührt und dann so oh schlaf mit mir ja genau eine Figur bei der das ziemlich hart diskutiert wird ist Rey aus Star Wars also da sagen viele Leute ich habe auf jeden Fall es voll die Mary Sue andere Leute sagen aber nein ähm und wie gesagt die Frage wäre jetzt keine Ahnung also ich meine ich habe jetzt keine Checkliste vorbereitet die wir am Markt können oder sowas aber wir könnten ne hätte ich das machen sollen ähm also wir können ja mal wir können ja mal gucken also Nahema hat definitiv eine unglaublich exotische Hintergrundgeschichte ja sie ist definitiv äh eine sie ist eine Eihexe sie sieht top aus sie ist verstoßen worden als Kind und ist dann von einem Magier ausgebildet worden ich würde sagen das ist exotisch also ich meine okay sie könnte es könnte schlimmer sein sie könnte irgendwie äh eine halbelfische Hexe sein die bei einem bei Mohas aufgewachsen ist und dann von einem maraskanischen Metamagier ausgebildet worden ist das wäre wahrscheinlich noch schlimmer so schlimm ist es nicht aber ich würde schon sagen sie hat einen exotischen Hintergrund oder weil ja aber sie ist nicht sympathisch sie ist nicht sympathisch ja stimmt sie ist nicht sympathisch aber muss die Mary Sue sympathisch sein nee muss sie nicht muss sie nicht also ich finde auch also es kann durchaus auch so treibt mit jedem seinen Schabernack und bringt die Welt irgendwie so ein bisschen in ja durcheinander kann auch sehr sehr Mary Sue ich sein die kann auch die kann auch so eine richtige also könnte doch so eine richtige Bitch sein ich finde zum Beispiel wo wir schon bei Twilight waren ich weiß das sind hier Abgründe aber ich finde Bella Swan als Charakter auch nicht sympathisch keinen Meta ja sie ist nicht jetzt wo ich darüber nachdenke sympathisch ist sie nicht ich finde die überhaupt nicht sympathisch an dieser Figur so wie die geschrieben ist und ich sage jetzt explizit geschrieben weil ich habe die ich habe die Film glaube ich nie in einem Stück gesehen das konnte ich nicht ähm das hat es noch viel schlimmer gemacht ich fand die Figur nicht sympathisch selbst in der Einstiegsszene für alle die sie kennen äh habe ich gedacht ach die stirbt jetzt bestimmt gleich das wäre gut dann geht es endlich mit was Nettem weiter ja so war ich da drauf aber ähm gut also wir haben eine exotische Hintergrundgeschichte sie ist ähm ja unglaublich attraktiv egal welches welches Geschlecht sie gerade repräsentiert ja sie hat wahnsinnig aufregenden Sex mit unterschied sehr sehr mächtig unterschiedlichen Leuten viele Leute begehren sie sie ist sehr sehr mächtig ähm sie hat nicht wirklich Schwächen die beschrieben sind also außer dass sie tatsächlich wohl gerne meddelt also sich gerne in Sachen einmischt die sie nichts angehen aber ich würde auch nicht sagen dass das eine Schwäche ist die für sie wahnsinnig negative Konsequenzen irgendwann mal gehabt hätte nö nö ähm die hat halt einfach was ich finde und das Problem habe ich auch wenn ich sie schreibe ist die hat eigentlich keinen Charakter die hat kein die hat nichts diese Figur hat nichts was was sie ticken lässt ja und das macht es sehr sehr schwierig ähm okay also sie hat keine Schwachstellen ja also ich würde schon sagen also wenn man wenn man nach diesen Kriterien geht würde ich schon sagen das ist eigentlich eine Mary Sue ich glaube auch ja ist ständig auf Krawall gebürstet ist eine Schwäche liebe Evie das ist eine Schwäche aber auch nur wenn es Konsequenzen für dich hat in irgendeiner Art und Weise und es hat doch für sie nie wo hat es denn für sie Konsequenzen das ist das ist das was ich kritisiere nicht dass natürlich wenn wenn ich ständig auf Krawall gebürstet bin oh dann kriege ich hier auf die Nase da auf die Fresse dann werde ich eingebuchtet ja oder solche dein Job wird gekündigt alles möglich ja deine Freunde gehen weg aber ja Nahema Nahema macht halt einfach woanders weiter mit einer anderen Identität weiter brennt keine Brücken ab ähm ich weiß nicht ich glaube das ist das geleitet alles an dir ab du hast sie in einem Turm eingefroren ich ich habe sie ich habe diese Kampagne gespielt ich habe sie nicht in einen Turm eingefroren aber ähm ja ich würde sie manchmal gerne in einem Turm einfrieren ich habe tatsächlich versucht an mehreren Stellen der so ein bisschen Agenda zu geben ähm beziehungsweise ihr nachträglich so ein bisschen was zu geben ich weiß nicht ob man es im aventurischen Almanach vielleicht gemerkt hat aber da habe ich dann halt auch gesagt okay die Figur lebt jetzt schon so lange die der ist langweilig Langeweile kann eine großartige Motivation sein ja Langeweile würde auch erklären warum sie sich ständig überall einmischt Leute provoziert teilweise wirklich Leute so weit provoziert dass sie Hassgefühle entwickeln ja weil passiert ja sonst nichts Spannendes du hast alles irgendwann schon gesehen aber das ist halt ich weiß nicht ich glaube die Figur wird auch nachträglich nicht mehr ist nicht mehr rund zu kriegen glaube ich einfach von Designaspekten her und ähm ja ich weiß nicht ich bin gespannt was sie jetzt irgendwann damit machen ähm wie gesagt ich bin ja in die Entwicklung da irgendwie nicht involviert ich darf jetzt einen Spielhilfentext schreiben aber da wird auch nichts Wesentliches mit der Figur passieren die wird genauso ähm beschrieben ein paar andere Aspekte werden beleuchtet werden ja aber ähm die wird genauso beschrieben wie sie wie sie vorher im Wesentlichen auch war ja kann man machen ab in die Niederhöhlen mit Nehema und fertig nobody ist weit aus Neu zu sagen da wird nichts mehr passieren hast du Insider-Informationen no nobody sorry nicht nobody nobody hast du Insider-Informationen willst du sie mit uns teilen ja also das das war halt so ich hab halt gesagt okay der ist inzwischen langweilig die hat alles schon gesehen alles schon erlebt ja wollen wir noch mal eine Umfrage machen ja wir können die Umfrage noch machen genau wir hatten am Anfang hatten wir ja schon mal gefragt ob wie ihr Nehema so findet und uns würde sie in interessieren ob sich äh bei euch da was geändert hat seit wie diese Abstimmung gemacht haben also jetzt wo wir ein bisschen drüber geredet haben was die alle so verbockt hat oder erreicht hat kann man ja sehen wie man merkt und ich gebe euch jetzt nochmal dieselben Antworten und wenn ihr gleich dann Bock habt abzustimmen könnten wir dann vergleichen ob sich da irgendwas geändert hat ja ich glaube so ein bisschen merkt man unsere Tendenz unsere Meinung vielleicht so ein ganz kleines bisschen meinst du meinst du wir können ja dann wir können uns dann ja positionieren auf dieser Skala also okay es ist keine Frage im Übrigen ich habe jetzt die Umfrage mal gestartet es ist Nehema Pünktchen Pünktchen und dann Göttin kann man machen braucht kein Mensch oder ist ein Verbrechen und das sollte heißen ist ein Verbrechen an der Menschheit aber das hat nicht hingepasst genau und ja da gucken wir doch jetzt mal fünf Minuten Zeit abzustimmen falls ihr Bock habt und dann gucken wir doch mal ob jetzt mehr Leute Nehema mögen oder hassen als das vorhin der Fall war oder ob ihr einfach völlig uns auf stumm geschaltet habt und einfach lass die mal reden die zwei ja ja lass die lass die quatschen lass die quatschen ja oder dazu so einschlafen so ich höre ich höre Ivi und und Nessi am Dienstag immer damit ich einschlafen kann das hat jemand geschrieben auf YouTube ja und ich ganz ich nein ich ich empfinde das als Kompliment ich würde mir nicht ich würde mir nicht jeden zum Einschlafen anhören also absolut für mich ist das auch voll das Kompliment also da ich ja auch mir Dinge anhöre um einzuschlafen weiß ich weiß ich wie das ist ja bei mir wäre es kein Kompliment aber das Ding ist ich schlafe innerhalb von keine Ahnung so zwei Minuten ein egal was ich höre oder nicht höre beneidenswert beneidenswert es ist meine Superkraft kann immer einschlafen selbst wenn du gerade in einem Flugzeug sitzt das fast abstürzt wow ja ich kann also es gibt wenige wenige Momente in meinem Leben in denen ich nicht schlafen kann das ist meine absolute Superkraft Leo schreibt Nahema darf mir noch immer jederzeit einen sinnlichen Bandballadin ins Ohr hauchen wow Bandballadin du musst dann aber auch sagen Bandballadin dein Freund ich bin verdammt ja ja fühlt ihr beide euch von Nahema in den Schatten gestellt ich als Mensch was wäre ich jetzt der ich hier so sitze oh oh tiefsinnige Frage nö Nahema ist eine fiktive Figur die kann mir nichts genauso wenig wie andere fiktive Figuren in Aventurien als wenn ich wenn ich nochmal denke ich bin irgendwie eine der Heldenpersonen die ich mal gespielt hab mich hat das auch nicht so gejuckt glaube ich aber ich weiß meine meine Spielenden hat das sehr gejuckt wenn ich wenn ich geleitet habe und irgendwie der Nahema erwähnt wurde ja bei dir so hat dich das gestört mich Nahema also oder fühltest du dich jemals von Nahema in den Schatten gestellt nö nö weißt du ich kann mir ja auch weißt du ich kann mir einfach meine meine Fanfiction in meinem Kopf machen weil ich in meinem Kopf super heißen Sex mit Nahema habe und alles ist gut stimmt du kannst in deinem Kopf Nahemas beste 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 Freunde sein absolut absolut meine Fantasie ist unendlich aber ähm wo würdest du denn jetzt sagen würdest du dich positionieren so auf unserer Skala bei Nahema entweder so oh Göttin oder eher so braucht kein Mensch oder ist egal ich bin ich ich schwanke zwischen Kammer machen und braucht kein Mensch okay will man Nahemas beste Freundin sein ich bin nicht sicher ich glaube das könnte gefährlich werden ich weiß nicht sie ist schon so ein bisschen wankelmütig würde ich sagen also wenn man wenn man beste Freundin mit ich habe absolute Loyalität zu meiner Brosis dann schon wenn das bedeutet man muss dann auch irgendwie damit zurechtkommen dass sie dir in den Rücken fällt dann nicht wenn ich mit jemandem also wenn Nessie mit jemandem bestbefreundet ist dann ist das so bis in den Tod Loyalität geht über alles aber das ist nur meine Meinung ich glaube Loyalität ist etwas was wahrscheinlich für Nahema relativ schwierig ist weil sie zum einen in ihrer Kindheit erfahren hat wie wenig Loyalität ihre Eltern ihr gegenüber hatten sie ist ja ausgesetzt worden das heißt ich glaube die hat sowieso wenn man ihr eine Schwäche geben müsste dann ist es das Problem anderen Leuten zu vertrauen glaube ich und sie hat einfach sich mit so vielen Leuten schon verkackt teilweise absichtlich teilweise vielleicht auch unabsichtlich dass sehr viele Leute sie wahrscheinlich tatsächlich hassen und ich weiß nicht also ich glaube ich möchte mit der nicht befreundet sein danke egal unter welchen welchen Bedingungen ich verzichte ich verzichte gerne ja Knorke Feilschafter sagt eine Göttin die kein Mensch braucht ja das ist gut ja das ist gut könnte eine Göttin sein die kein Mensch braucht das stimmt stimmt ja ok und sie ist immer noch eine Göttin hat sich nichts geändert es hat sich nichts geändert es sind genauso viele Stimmen wie vorher es gibt eine Person mehr die für braucht kein Mensch abgestimmt hat ok und die von Kammern machen vielleicht wer geht so ok wir wissen nicht ob es dieselbe war aber ja es hat sich kaum verändert gut siehst du mal Nessi wir hätten noch die zwei Stunden einfach aventurische Lieder singen können dann es wäre genauso egal gewesen die Leute ist halt die Frage wer da zugeguckt hätte ja wahrscheinlich niemand niemand wir hätten ein Nahema Lied schreiben können Nahema so Ballermen mäßig oder so ja vielleicht auch es wird sich darüber aufgeregt dass ich nicht Ban Baladin sage sondern Ban Baladin ich sag auch Ban Baladin weil ich finde Ban Baladin ja also weil theoretisch muss es sich ja reimen und du sagst ja nicht dein freund ich bin ja das ist schon richtig ja es ist Ban Baladin dein freund ich bin ja das ist schon richtig aber ich sag trotzdem Ban Baladin weil es schöner klingt irgendwie es klingt irgendwie elfisch ich nenne das ist das Wort Baller Bian Baladin ist halt so ja man kann es dann auch elfisch sagen Bian Baladin ja da reimt sich dann sowieso nichts nach hinten raus Gott sei Dank obwohl ich eigentlich ich finde es also so sehr ich Anagramme doof finde finde ich tatsächlich diese reim dich oder ich fress dich teile ganz gut sie waren sie waren einprägsam also ich ja genau ich fand ich konnte es mir damals dadurch relativ gut merken stimmt vielleicht liegt es auch einfach daran dass man sich die Zauber oh nein dadurch sehr gut merken konnte ich habe oh nein da hat jemand Layla auf ich habe eine Magerin die heißt Nehema umgeschrieben nein das machen wir nicht nein das machen wir nicht nein das machen wir nicht das machen wir nicht ähm ja genau aber also sie sehen eure Meinung hat sich nicht geändert unsere auch nicht also wie gesagt ich würde immer noch sagen ich würde nicht sagen braucht braucht kein Mensch also wobei doch so wie die Figur aktuell beschrieben ist und so wie sie aktuell in diesem Kosmos existiert würde ich sagen braucht kein Mensch weil ich finde man hätte die Figur anders anlegen können beziehungsweise man hätte deutlich früher der Figur mehr mitgeben müssen als ich sehe geil aus und ich mische mich gerne ein und ich bin sehr mächtig ja mehr Tiefe ein bisschen mehr mehr Substanz und dazu hätte es gar keinen Roman gebraucht über die Figur um Gottes Willen das würde keiner also nein das will gar keiner schreiben das will auch keiner lesen glaubt es mir aber das ja ich weiß nicht und das jetzt im Nachhinein nach all der Zeit noch irgendwie in die Figur rein zu projizieren oder das quasi umzuschreiben und dir dann noch irgendwie voll die Agenda rein zu drücken und dafür zu sorgen dass das alles Sinn ergibt ich glaube das ist so erzählerisch sinnvoll ohne den kompletten Mindfuck eigentlich nicht mehr möglich ja das ist ich fand das selbst bei Galotta weswegen ich halt gesagt habe man kann geteilte Meinungen zu diesen Galotta Romanen sein ich fand das bei Galotta schon schwierig ich fand das schon ab einem gewissen Punkt in den Romanen wo dann Motivation und Handlungsdingen beschrieben wurde fand ich das schon nicht mehr glaubwürdig mit dem wie die Figur vorher und auch danach noch dargestellt wurde das das war zu viel und es war auch für mich dann ja so so ab einem gewissen Punkt habe ich dann halt einfach das Bild was ich schon ewig einfach in meinem Kopf hatte und was auch durch Quellen gestützt war nicht mehr übereingebracht mit dem was da stand und ich glaube bei NAHEMA wäre das ganz genauso wenn ich keine Ahnung irgendjemand geht hin und schreibt einen Roman ja dann würden alle danach sagen hä was wieso ja und sich furchtbar aufregen während andere vielleicht glücklich sagen würden ja endlich aber ich glaube ich glaube es wird nicht gut funktionieren ich glaube ich glaube auch nicht ist die Figur zu alt ich meine es gibt schon Gründe warum die allein durch Orkland reist ja 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 vermutlich ja Knorke Feindschaft das sagt wenn Timothy Zahn den Roman schreiben könnte könnte es etwas werden ich bin sicher das macht der nicht ich bin sicher was macht der nicht der konnte solche Sachen sehr gut ja nachhinein im nachhinein Agenten vergeben und und richtig coole Figuren bauen aus Dingen die schon da sind aber ja trotzdem ähm oh wir haben total ein Raid verpasst oder vor vier Minuten haben wir Lumianos ja Lumianos hat sich mit 15 Zuschauern geredet oh ist tut mir leid ich war gerade so in Rage das habe ich gar nicht gesehen oh mein Gott hallo liebe Raiders dass da doch jemand da ist genau falls wir euch nicht total verschreckt haben wir reden wir reden über Nahema Lumia ja ist noch da ja hi und vielen Dank eine eine fiktive sehr mächtige Magierin ähm die sehr umstritten ist aufgrund ihrer äh ja Aktionen in Aventurien und auch aufgrund ihrem Einsatz als Deus Ex Machina an einigen Stellen und wir haben jetzt hier gerade ja doch zwei Stunden gut abgerantet ähm über über diese Zauberin ja und bei euch so was habt ihr so gemacht hattet ihr einen schönen Abend ach zwei Stunden wow ja komme gar nicht so vor haben noch also ich könnte auch noch weiterreden ähm ja wobei ich weiß gar nicht ähm gibt es denn noch hat irgendjemand im Chat noch irgend etwas von dem ihr sagt das hättet ihr aber erwähnen müssen beziehungsweise äh hat irgendjemand eine Frage das könnte ja auch sein oder wollt ihr wollt ihr noch irgendetwas über Nahema wissen was wir vielleicht auch nicht wissen oder wissen dann äh würde ich sagen ist jetzt die Chance das in den Chat zu hauen ähm ja ah Lumiano schreibt gerade eine Vorbereitung für ein Abenteuer ja cool hm ja das ist gut das ist gut ich hoffe Nahema kommt nicht in eurem Abenteuer vor naja und wenn ähm wir haben gerade glaube ich vielleicht schafft ihr es ja sie gut einzubauen ja ich würde schon sagen dass wir gerade festgestellt haben dass wir jetzt beide auf jeden Fall nicht so die Mega-Fans sind und dass wir in der Figur eine Menge verschenktes Potenzial sehen kennt sie ein gutes Plätzchenrezept natürlich kennt Nahema ein gutes Plätzchenrezept denn sie kann alles sie kann wahrscheinlich auch ganz vortrefflich backen Knocke Feilschafter aus was aus Kekse Kekse wir sind verantwortlich für Ohrwürme welche Schuhgröße hat sie ich glaube das ist nicht festgelegt offiziell aber ich würde sagen da sie eine relativ kleine Person ist lass mich mal gucken ob hier steht wie groß sie ist ich dachte zumindest immer sie wäre relativ klein ähm würde ich sagen sie hat kleine Füße sie könnte natürlich auch eine sehr kleine Person mit extrem großen Füßen sein aber ich würde sagen unwahrscheinlich es ist unattraktiv es ist ähm findest du es gibt bestimmt Leute ich finde das gut ich finde Füße generell furchtbar äh okay sie ist 1,72 groß damit ist sie für eine thulamidische Frau eigentlich relativ groß groß also was heißt groß aber aber schon hm sie könnte ich würde einfach sagen weil nichts über ihre Füße Füße erwähnt ist sind sie weder besonders groß noch besonders klein das heißt sie hat durchschnittlich große Füße würde ich schlussfolgern ich habe auch noch ein Farbbild von ihr das ich gar nicht eingeblendet habe kann ich jetzt nochmal machen so ablesen echt ja mach mal bitte ja es gibt ja im aventurischen einmal nach natürlich gibt es eine Illustration dann wahrscheinlich deine etwas neuere in Farbe genau von Nadine Schäkel das ist hübsch die ist glaube ich die Illo ist das erste Mal in einem Brettspiel erschienen das wir mal gemacht haben vor vielen Jahren dessen Titel ich vergessen habe da musste man an Swinisten gegen Orks und so weiter also brinnen an Swin und Orks und da gab es ein Bild von Nahima mit einem schwarzen Auge und einem grauen Raben und einem Raben Rablein ja und genau Schokos ist 42 42 ist aber groß für jemanden der 71 groß ist hatten wir noch eine Frage letzten Rezept hatten wir geklärt ne extrem gut der Orkensturm hieß das Spiel danke danke genau der Orkensturm Orkensturm hieß das Spiel Nahima ist Hexe natürlich ist die gut in der Küche wird eigentlich eine Beziehung zwischen ihren Beinamen des Reblan und Buron gemacht tatsächlich nicht ne das Reblan bezog sich wirklich auf das was ich vorhin auch vorgelesen habe dass halt der Magier sie damals aus der Gosse in Kunschung gezogen hat und als er sie so ein bisschen sauber gemacht hat und sortiert hat hat er halt gemeint ja wie ein wie ein graues Reblein weil sie so dreckig vom Straßenstaub war mit gebrochenen Flügeln ja so hatte er das beschrieben und deswegen soll sie angeblich diesen Nickname haben ist quasi ihr Straßennamen knuddelwinzig ist Attraktivität nicht recht subjektiv absolut absolut also tatsächlich ist das aber eine der Sachen die mich bei der Hema ein bisschen stören sie wird immer so beschrieben als sei das nicht subjektiv als fände jeder sie egal aus welchem Blickwinkel immer irgendwie faszinierend ja also nehmen wir wir nehmen jetzt nur so diese naja also alle Ulrich Kiesowisten hören jetzt einmal weg so diese Nerd weiße Nerdmann Brille und gucken welche Frau und welche Eigenschaften Frauen haben muss ich das jetzt auch machen die solche Menschen die du möchtest kannst du auch so machen ja ich glaube das kann ich nicht die solche Männer attraktiv finden ja ja Lumianus meint noch ich finde das mega entspannt hier Dankeschön Dankeschön macht ihr sowas öfter ja tatsächlich machen wir das jeden zweiten Dienstag genau was uns zu einer Frage bringt Leute ihr könnt euch jetzt schon mal überlegen was ihr als Thema haben wollt das nächste Mal die Möglichkeit besteht dass wir das so toll finden dass wir darüber reden wollen genau also spammt uns andere 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 Reihe unangenehmer Themen reden befürchte ich aber könnten wir machen ich fände es vielleicht auch gar nicht schlecht das zu machen ja also wie gesagt macht Vorschläge macht Vorschläge gerne worüber wir reden sollen in zwei Wochen Bügelzwerge gleich Hobbits oh das ist nicht auch gut ja wobei damit für mich glaube ich keine zwei Stunden da müssen wir uns was überlegen man kann ja auch man kann auch zwei Themen kombinieren eventuell wir könnten Hartmar einladen wir könnten Hartmar einladen und über Reidrik Hontjebär reden ich weiß nicht ob Hartmar das so wobei Hartmar ist ja ist ja vieles recht Akkorium ja wie gesagt macht Vorschläge postet das auch auf YouTube wir sind auch kurzfristig gerne bereit von Nahema haben wir uns auch relativ kurzfristig entschieden tatsächlich nämlich am Sonntag glaube ich erst oder gestern Sonntag gestern gestern nee Sonntag Montag 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 Dienst Talk oh dann war es doch Sonntag ja seht ihr ich glaube wir sind oh Gott aber vielen Dank dass ihr auf jeden Fall bis jetzt durchgehalten habt tapfer alle alle Nahema Hasser und alle Nahema Liebhabende Liebhabende ja genau wir sind dann super super vielen vielen Dank also Chat Sahne ja ja ihr habt uns auf jeden Fall sehr zum Lachen gebracht und ja dann sehen wir uns in zwei Wochen auf jeden Fall wieder hier für den Rest der Woche passiert morgen wird's Trickshaven gespielt also D&D am Donnerstag gibt es Weltenbau mit Thomas Römer der an seinem eigenen oder ja quasi mit dem Chat gemeinsam an einem Arcano Punk Fantasy Spiel ja könnte man könnte man so sagen arbeitet und dann passieren bestimmt auch noch Dinge am Wochenende die ich vergessen habe guckt guckt in unseren Streamplan erst auch hier auf Twitch oder bei uns auf Facebook und ja und wenn wenn das Video irgendwann dann auf YouTube landet könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben genau wir wir sammeln immer wir machen eine große lange Liste genau dann suchen wir uns das aus wo wir auch am meisten Lust drauf haben weil es soll ja auch entspannt sein und wir sollen ja auch was darüber erzählen wollen und auch was beizutragen haben es gibt sicher auch Themen die ihr vorschlagen genau also wenn wir wenn wir uns jetzt erst irgendwie eine Woche lang oder zwei Wochen lang das Thema einlesen müssen um es um darüber sinnvoll reden zu können schwierig und ich meine andere Themen ich weiß es gut dass zumindest Evie sehr viel darüber weiß weil Evie ne falsche Seite Evie ja Autorin und ehemalige Redakteurin und überhaupt total großartig und nerdig und alles ja bin ich hi nein ja das ist alles richtig was sie gesagt hat aber also no big deal it's no big deal ja also die Wahrscheinlichkeit dass ich schon mal davon gehört habe ist groß aber es gibt auch Themen über die weiß ich definitiv nichts und über die könnte ich auch nicht ein bis zwei Stunden lang irgendwas erzählen also aber wenn ihr nicht mein Thema nehmt fühle ich mich abgelehnt und missachtet nein tu das nicht das hat damit überhaupt nichts zu tun es ist nichts persönliches hier werden hier werden Dinge musst du einfach ein echt gutes Thema vorschlagen ja no pressure no pressure no pressure du schaffst das genau ich glaube an dich ich glaube an das jetzt der Kartenmax da hat jemand ein Problem Komplimente anzunehmen genau das bin ich und ja für mich ist nerdig auf jeden Fall ein Kompliment das ist ein Kompliment hallo meine Mutter ist irgendwann mal als das Internet noch sehr jung war aber es gab schon Wikipedia kam dann irgendwann mal zu mir und sagte ich weiß was du bist und ich dachte noch so hä was willst du denn jetzt Mutter und dann sagte sie du bist ein Nerd ich habe es im Internet gelesen wenn das im Internet steht muss es stimmen ja nein dann hat sie gesagt ja das war diese Seite und da gab es die Definition von Nerd und das traf irgendwie fast alles auf dich zu und dann war mir klar du musst ein Nerd sein ja so ist das damals passiert die schönsten Verschwörungstheorien in DSA das ist auch ein cooles Thema Luminaus die schönste Uruhaya ja Uruhaya ist auch kein schlechtes Thema ich mache eine Liste wenn meine Mutter etwas über mich im Internet lesen muss ja ich weiß es spricht viel über diese Beziehung no offense ich fand es damals sehr lustig also ich fand es damals sehr lustig vor allem wie sie es angefangen hat ich weiß was du bist und ich dachte oh mein Gott was kommt denn jetzt oh mein Gott Al, Anzwin, Uruhaya ja okay wir finden was ich mache auf jeden Fall uns eine sehr lange Liste vielleicht machen wir irgendwann auch eine Zufallstabelle mit denen keine Ahnung je nachdem wie viel sind ja mit 20 6 oder 20 besten Themen ja oder ja keine Ahnung wir können auch irgendwie kleinere Themen sammeln bei denen wir sicher sind das reicht nicht für den ganzen Tag und dann machen wir von denen irgendwie drei Zufällige oder sowas wir finden einen Weg das ist auch lustig ja wir finden so ein Team Roulette wir wissen selber nicht was wir über was wir reden genau das wäre sehr Iwi Iwi Nessies also vor allen Dingen wäre es sehr Nessies aber dann müssten wir zumindest auch Sachen nehmen bei denen wir wissen dass wir auch ohne groß Vorbereitung drüber reden können ohne Probleme sollten wir ja weil ansonsten sitzen wir hier und sagen so ähm 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 sonst wird das ein ein reiner Katzenzeig Stream ja ich kann das auch dann also ich würde mir dann auch aus Verzweiflung irgendwie wie ein bis zwei Katzen hier nehmen und immer wieder hochhalten genau ähm ja und wir wissen ja dass die Muschi in die Kamera halten bei bei Twitch verwendet wird ne das ist doch erlaubt also die Katze hochzuhalten ist doch erlaubt äh äh jetzt hat sie das M-Wort gesagt und meinte vielleicht gar nicht die Katze ja äh wir beenden diesen Stream an dieser Stelle würde ich sagen äh überleg dir doch mal wo wir hinraiden können wo können wir hinraiden ähm wo können wir hinraiden let me have a look die Alrics sind noch am Spielen glaube ich oder wir könnten was haben wir noch oder ist irgendjemand am am Stream in äh im Pen and Paper Rollenspiel der dem so gar keiner zuguckt gerade wo wir ein bisschen Liebe hinschicken können ich hab keine Ahnung ich hab hier nur vier Leute die mir angezeigt werden die mir angezeigt werden oh nein dann gucken wir doch mal ich guck mal gerade was die so machen ob das spannend ist die spielen Cthulhu bei den Alrics ja ist doch nett wie wär's denn damit das ist doch eine feine Sache da können wir doch hingehen Alrics Alrics gut dann vielen vielen lieben Dank fürs Zuschauen ja vielen Dank ihr Lieben toll dass ihr da wart bis in bis in zwei Wochen hoffentlich auf einen gemütlichen gemütlichen Schnack und äh ja dann habt ihr eine gute Restwoche wir winken hult voll so ja hult voll kann das nicht so gut also macht es gut bye 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 Bis zum nächsten Mal.